Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuschauer. Hier wollen wir uns einem Video von mir widmen, das ich vor, ja, sieht so aus, vor zwei Tagen hochgeladen habe, auf YouTube, aber nicht nur auf YouTube, sondern auch auf TikTok. Und auf TikTok hat dieses Video im Gegensatz zu YouTube schon fast 13.000 Aufrufe und es ist so, dass dort im Kommentarbereich meines Erachtens sehr viele, ich sage mal, Missverständnisse auftauchen und ich mir deswegen sagte, es ist auf jeden Fall auch hier nochmal wichtig, dass man dieses Ganze mal kommentiert auch. Ich habe ja in dem Video hier nur Texte vorgelesen oder einen TV-Bericht eingeblendet, mehr nicht. Und es gäbe eigentlich dazu natürlich auch noch was zu sagen. Und wie gesagt, um der Missverständnisse willen, und da es ja eine große Reichweite erzielt hatte auf TikTok, denke ich mal, sollte man das auf jeden Fall auch nochmal kommentieren. Bei Satans Ritual... Oh, jetzt habe ich schon Start gedrückt. Ja, also, ähm, spielen wir uns hier dieses Video mal vor. Ritueller Missbrauch, Satanic Panic, False Memory Dis, Aufklärung 2023 und gerichtet auch an DisObey und DisDing, zwei Personen mit dissoziativer Identitätsstörung. Beide glauben, dass sie schwere sexuelle Missbräuche erfahren haben in der Vergangenheit, wohlmöglich auch mit rituellen Hintergrund. Deswegen ging das auch hier adressiert an die beiden, aber natürlich auch an die Wissenschaft und an die Skeptiker und die Leute, die sich damit auch mal mehr oder weniger auseinandersetzen wollten und wollen. Darunter natürlich auch Judentum, Islam und Christentumanhänger, die auch mit dem Thema, da ja hier auch theoretisch Besessenheitsphänomene vorzufinden sind bei dem Ganzen. Ja, auch an jene ist es hier gerichtet. Ja, das Ganze geht allein schon 50 Minuten, auch wenn ich gar nichts dazu sage. Dementsprechend werden wir uns wahrscheinlich hier das Ganze auch in anderthalbfacher Geschwindigkeit anhören, zumindest später den Zeitschriftenbericht des Spiegels. Und ich muss natürlich schauen, dass man immer auch denn versteht, wo lese ich da im Originalvideo was vor und wo gebe ich meinen Kommentar ab. Das ist natürlich, wenn zwei Stimmen gleichzeitig zu hören sind, etwas schwierig und daher werde ich mal schauen, dass ich das dann immer vielleicht nochmal hervorhebe, das Ganze, wenn ich dazu auch etwas sage. Ja, gut, legen wir los erstmal mit dem TV-Bericht, der herauskam, als hier in Münster die Beratungsstelle geschlossen wurde, wo als christliche Einrichtung, glaube es war die einzige im deutschsprachigen Raum, zumindest in Deutschland, wo sich Personen hinwenden konnten, wenn sie denn meinen, sie hätten satanische, rituellen Missbräuche erfahren oder haben Erinnerungen daran, dass ihnen das widerfahren ist. Und als ich davon gehört habe, auch schon vor drei Jahren, dass es diese Beratungsstelle dort gibt, da gibt es auch ein paar Videos auch zu im Internet, auch auf YouTube. Ich weiß nicht, ob ich die kommentiert habe, kann aber schon sein in der Vergangenheit, dass ich darüber auch schon mal gesprochen hatte. war ich natürlich auch etwas skeptisch bezüglich meinen eigenen Erfahrungen in den Aufklärungen und Untersuchungen dieses Phänomens, was ich jetzt auch schon seit drei Jahren mache. Was da so gesagt wurde, vor allem aus christlichem Hintergrund, dass das auch Christen sind, die natürlich nur ihre Meinung sagen, aber meines Erachtens nicht tiefgründig vorher mal gebohrt haben in diesem Thema, um sich da wirklich ein gutes Meinungsbild drüber zu machen und ich bin meines Erachtens jetzt auch froh, dass diese Beratungsstelle dort geschlossen hat. Natürlich können sich betroffene Personen, die meinen, rituellen Missbrauch erfahren zu haben, meistens Personen mit dissoziative Entitätsstörungen, damals genannt multiple Persönlichkeitsstörungen, was man auch biblisch gesehen den Besessenheitsphänomen zuordnen könnte, die können sich natürlich weiterhin auch bei mir melden. Da sind ja natürlich auch einige bis heute noch mit mir im Kontakt, auch schon seit drei Jahren. Und soweit es möglich ist, versucht man diesen Personen dort natürlich auch zu helfen. Ich glaube, vor einiger Zeit, ist glaube ich noch gar nicht so lange her, wurde auch, sehe ich hier gerade unter, Lydia Bennecke ist ja auch eine sehr kritische Person aus der Szene der Personen, die dissoziative Entitätsstörungen haben, die sehr skeptisch mit dem Thema generell umgeht. Hier, glaube ich, vor kurzem auch dazu wieder etwas gemacht. Deswegen habe ich sie ja auch darunter verlinkt, dass es auch sie erreicht, weil ich denke mal, das Problem ist halt bei den Skeptikern, die sich darunter vorfinden, dass die natürlich auch spirituell gesehen das eher ausschließen, dass hier Geister am Werk sind oder Geistwesen. Und da gibt es sogar Kritiker, die generell das Krankheitsbild, die dissoziative Entitätsstörungen eher ableugnen, dass es das gar nicht gibt. Und ich denke, dafür gibt es schon viel zu viel Aufklärungsmaterial, auch von meiner Seite, dass man da gar nicht mehr glauben kann, dass das ja gar nicht existiert. Und ich weiß auch, dass Lydia Bennecke sich da meine Videos auch mal angeschaut hat, bezüglich, wo man denke ich doch deutlich erkennen kann, ja, dass das nicht gespielt ist und dass dieses Phänomen wirklich existiert, wo doch auch hier im öffentlichen Raum eher wenig Aufklärungsmaterial diesbezüglich vorhanden ist. Naja, so, schauen wir uns das Ganze mal hier an. Und ich werde dann mal Pause machen im Video und dann, wenn es etwas gibt, dazu auch noch mal was klarstellen. Wie gesagt, wer sich die Kommentare alle mal anguckt auf TikTok unter dem Video bei mir, der wird feststellen, dass da denke ich, oftmals ich auch falsch beschuldigt werde, weil ich halt nur den Bericht zeige und den Zeitungsartikel vorlese und nichts dazu sage. Und deswegen sehe ich es als meine Pflicht, um diesen Missverständnissen Herr zu werden und die Leute sich nur meine Meinung darüber bilden können. Was sagt denn Nature eigentlich dazu? Ja, dieses Video hier. Von einem Tag auf den anderen macht eine Beratungsstelle des Bistums Münster dicht. Und zwar die Abteilung, die sich mit Opfern beschäftigt, die bei Satans Ritualen missbraucht wurden. Die Beratung gab es seit 2019 und das Bistum, das hat sich jahrelang sehr in diesem Bereich engagiert. Jetzt also das Aus. Was sind die Gründe dafür? Wir haben nachgefragt. Vier Jahre lang gab es auf der Seite des Bistums Münster ein Beratungsangebot für Opfer rituellen Missbrauchs. Jetzt ist die Seite gelöscht. Das Angebot, seit heute gibt es das nicht mehr. Das Bistum hat diesen Teil der Beratung geschlossen. Es ist so, dass das Thema rituelle Gewalt in der Fachwelt sehr kontrovers diskutiert wird. Einerseits gibt es natürlich organisierte sexuelle Gewalt, denken Sie insbesondere an das Thema Kinderpornografie. Und andererseits gibt es bis heute nicht wirklich Nachweise, dass es solche rituelle Gewalt wirklich gibt. Und da die Fachwelt da schon so zerstritten ist, haben wir uns dazu entschlossen, die Beratungsstelle jetzt zu schließen. Sexueller Missbrauch, zum Beispiel bei satanischen Kulten. Immer wieder haben Opfer darüber berichtet, auch hier in der Lokalzeit. In einem Artikel in der Wochenzeitschrift Spiegel wird in Frage gestellt, ob es rituellen Missbrauch gibt. Dort klagt eine Frau an, dass ihr der rituelle Missbrauch eingeredet wurde. Und zwar von einer Therapeutin in Münster, in deren Praxis. Die Psychotherapeutin hat außerdem in der Beratungsstelle des Bistums gearbeitet. Sie streitet die Vorwürfe gegen sich ab. Am Telefon sagt die Therapeutin, dass ihre Klientin selbst von sich gesagt habe, dass sie bei satanischen Riten vergewaltigt wurde. Ein Interview gibt die Therapeutin nicht. Ja, und hier haben wir schon mal die ersten Fakten, worauf sich auch der Spiegelbericht später stützt. Ich denke natürlich, dass ich in einigen Videos bei diesem Thema, auch schon wenn es um Kommentarvideos ging, da auch eher kritisch eingestellt bin, dass man halt so pauschal die Meinung hat, man würde den Therapeuten unterstellen, sie würden diese Dinge ihren Patienten einreden, dass ihnen das widerfahren wäre. Und das ist ein Trugschluss meines Erachtens, dass ich nicht davon persönlich ausgehe, einfach auch aus eigener Erfahrung, auch mit Personen, die nie bei einem Psychologen waren, mit ihrer Störung, sondern mit mir auch mehr oder weniger den Erstkontakt hatten und selbstständig auch über diese Dinge berichteten. Nicht immer, aber es kam halt auch vor. Und da kann man sich natürlich die Frage stellen, wenn eine Persönlichkeit aus dem Körper so etwas sagt, sie sei nun von Ufus entführt worden oder von Außerirdischen oder von Satans Logen, was auch immer, dann ist das je nachdem, was derjenige berichtet. Oftmals natürlich fragwürdig, denkt sich derjenige das aus? Oder woher kommen diese Erinnerungen? Oder halt ist es Realität, was derjenige oder diejenige dort dann halt berichtet über unter anderem auch diese Dinge? Ganz klar. Und viele, die den Fall Lea in der Vergangenheit verfolgt haben auf meinem YouTube-Kanal, da gab es ja ausdrückliche Untersuchungen und Prüfungen. Und wer weiß, vielleicht wird es darüber auch nochmal eine Zukunft, eine Aufklärungsarbeit geben, dass man diesen ganzen Fall auch mal von Anfang bis Ende den Leuten da draußen mal erklärt. Ja, aber hier geht es, wie gesagt, um einen anderen Fall. Und ich tue mich, wie gesagt, damit schwer zu meinen, dass die Therapeutin, die sogenannte Patientin, auf dieses Thema aufmerksam gemacht hat. Sondern dass es andersrum ist, dass eine Persönlichkeit, wie es auch hier die Psychologin selber sagt, also meiner Sitzung hat eine Persönlichkeit mir erzählt, dass ihr das widerfahren ist. Und nicht ich habe sie eingeredet. Schauen Sie mal, könnte das Problem nicht vielleicht so erklärt werden, weil vielleicht, schauen Sie mal, da gibt es so Leute und die haben solche Erfahrungen, dass da irgendwie Satanslogen hinterstecken, sonst was. Nein, das glaube ich erstmal persönlich nicht. Was aber ganz klar stattfindet, was ich auch schon untersucht habe in den letzten drei Jahren, dass es Therapeuten gibt, die auch Patienten haben mit dissoziativer Identitätstörung, wo dann solche Berichte von den Patienten, Persönlichkeiten berichtet werden und die Therapeuten das unkritisch einfach glauben. Entweder weil sie selbst davon schon gehört haben, selbst an sowas glauben und dann werden die Patientinnen genau auf diese Thematik dann auch therapiert. Also es wird geglaubt, es gäbe Satanskulte und Täter, die dem Opfer hinterherlaufen, um irgendwie Rituale mit dem zu machen und jetzt müsste der Therapeut diese betroffenen Personen entweder beschützen vor den Tätern, so als Heldenfigur oder aber sie schalten hin und wieder auch die Behörden ein, die dann diese Fälle untersuchen mit der Glaubwürdigkeit der Therapeuten, dass da was dran wäre. Bis hin natürlich, dass es Therapeuten gibt, die sich selbst schon mal auf die Suche gemacht haben, die Dinge zu untersuchen, um festzustellen, stimmt das denn überhaupt oder nicht, dass die Patientin lügt, aber sind diese Erinnerungen oder diese Vorstellung, was angeblich alles passieren soll im Detail, wenn die Patientin halt nicht in der Praxis ist, bei ihr zu Hause oder sonst wo, dass diese Dinge da alle passieren sollen, dass man halt das einfach entweder glaubt oder halt in Frage stellt und es ist eigentlich meines Erachtens in Deutschland das große Problem, dass das ja auch gar keiner untersucht. Ich habe Therapeutenberichte gelesen, sie wurden mir vorgetragen, was auch immer und ich kann mir da auch noch die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wie es sein kann, dass die Therapeuten das glauben, ihre Fachdiagnose weitergeben an die Krankenkassen und Ärztekammer, wo da echt diese abstrusen Dinge einfach mit drinstehen und ich frage mich, derjenige denn, den die Therapiestunden weiter bewilligt auf Kosten der Krankenkasse, dass der selber nicht mal da überlegt, Moment, was schreibt denn die Therapeutin hier? Ja, 20-fache Kindesaustragungen und Opferungen und wir müssen das weiter verhindern und wir brauchen mehr Therapie und damit die Täter da nicht noch mehr Kinder opfern und sowas erreicht Krankenkassen und Krankenkassen bewilligen daraufhin weitere Therapiestunden, muss man sich mal überlegen, ja. Also, das ist leider so in Deutschland so, dass das gar keiner so wirklich prüft, wie Psychologen, die dieses Störungsbild, dissoziative Identitätsstörung, bleiben wir jetzt nur bei dem Thema, weil es ja auch hier darum geht, therapieren, das kontrollieren, wie die Therapeuten mit diesen Diagnosen oder mit diesen Behandlungen, die sie selber durchführen, dass das keiner kontrolliert. Ja, da gibt es welche, die sind wirklich Fachkliniken und die gehen auch davon aus, auch schon erlebt, ja. Natürlich gibt es die auch, wie das Verhältnis ist in Deutschland, das weiß ich nicht. Ich hoffe mal, 70 Prozent der Fachkliniken und Fachärzte haben schon im Hintergrund das Wissen, dass diese Erinnerungen da sind, aber eben nicht im Erlebwohnen, im Wirklichen, zumindest viele Teile daraus, was berichtet wird vom Patienten und 30 Prozent der Therapeuten, die glauben das aber. Ja, das ist dann so eine Weltanschauungsfrage, wie man mit diesen Störungsbilden umgeht und da auch therapiert. Und hier ist halt das große Problem, dass im Nachhinein, im Nachhinein immer eine Person mit dissoziativer Identitätsstörung immer auch in die Medien gehen kann und sagen kann, meine Therapeutin hätte mir das eingerätet. Ja, und das, wie gesagt, ist falsch. Ja, meines Erachtens und meinen wissenschaftlichen Forschungen halte ich das für unrealistisch, sondern dass es immer heißen muss, ja, das ist eine Persönlichkeit aus dem Körper einer Person mit dissoziativer Identitätsstörung, das der Therapeutin berichtet hat, realistisch berichtet hat, nicht so, als wäre es ein Schauspiel mit allem, was dazugehört, mit zumindest psychologischen Mitteln zu arbeiten. Sagt da jetzt jemand die Wahrheit oder denkt er sich das aus? Ja, dass man da schon erstmal glaubwürdig annehmen könnte, da könnte ja was dran sein oder ist was dran, aber halt das nicht untersucht. Und das letztendlich dem Therapeuten vorzuwerfen, er sei jetzt schuld daran, dass man mal an sowas geglaubt hat, kann man auch nur zum Teil, weil letztendlich könnte sich höchstens jemand mit dissoziativer Identitätsstörung darüber beschweren, dass der Therapeut als eine Persönlichkeit, das berichtet hat, nicht selbstständig das auch mal in Frage gestellt hat und das prüfen lassen hat, inwieweit da nun was dran ist oder nicht, anstatt es einfach zu bestärken und denn allen Persönlichkeiten im Körper, auch der Alltagspersönlichkeit zu sagen, ja, ja, wissen Sie, Sie werden wahrscheinlich satanistisch missbraucht, das kriegen Sie nur nicht mit, weil das andere Persönlichkeiten erlebt haben oder immer noch erleben und das halt auf den Patienten einreden, und daran festhalten und das ist natürlich, das ist problematisch und gefährlich und dann, dann zu Recht zu sagen, die Therapeuten haben was falsch gemacht, indem sie nicht professionell an die Sachen herangegangen sind, die Sachen auch wirklich mal zu überprüfen, was da berichtet wird, als sonst einfach so zu glauben, ja, aus Glaubensfragen, da denke ich mal schon, dass das auch Schadensansprüche beinhalten dürfte, für so eine meines Erachtens nicht sachliche Behandlung, sondern eine, die halt auf Weltanschauungen beruht, wo man von etwas überzeugt ist, ohne es selber erlebt zu haben oder kritisch geprüft zu haben, ja, und, ähm, das muss hier nochmal ganz klar gesagt sein. Es gab auch Kritik an der Art und Weise, wie doch beraten wurde und von daher prüfen wir jetzt, wie in Zukunft eine qualitativ hochwertige Beratung auch in diesem Feld gegebenenfalls wieder stattfinden kann. Die Beratungsstelle Zartbitter hat immer wieder mit Opfern ritueller Gewalt zu tun. Dort bedauert man die Haltung des Bistums. Das ist wohl ein anderer Verein hier. Da wurde auch viel im Kommentarbereich sich darüber aufgeregt, wie so eine Einrichtung nur Zartbitter heißen kann. Also wirklich, im Nachhinein habe ich mir auch gesagt, wie passt das denn zusammen? Das ist ja auch schon irgendwie sehr triggernd. Naja. Das war ein Angebot für Betroffene, was es jetzt nicht mehr gibt. Und wir als Fachberatungsstelle sind grundsätzlich auf der Seite der Betroffenen. Wir arbeiten parteilich und die Betroffenen liegen uns sehr am Herzen. Und ein Angebot, was es nicht mehr gibt, ist ein Angebot weniger. Ja, das würde ich natürlich auch sagen, dass mir die betroffenen Personen mit dissoziativer Identitätsstörung auch am Herzen liegen, wenn es um ihren Gesundheitszustand geht, dass der doch besser werden sollte oder geheilt werden sollte. Ja, und Beratungsstellen oder Hilfsangebote sind ja an sich erstmal nicht schlecht. Die Frage ist nur, ja, auch wenn da jetzt jemand zu zartbitter bekommt mit diesen Phänomenen, wie wird mit denen dann umgegangen? Wird denn dem gesagt, naja, wir versuchen Ihnen zu helfen und Sie kommen in die Klinik oder wir schicken Sie zum Exorzisten oder sonst was? Ja, dass man auf dieser Art beratet, das ist völlig vollkommen in Ordnung. Nur wenn man selber denn versucht, da irgendwie, ja, wir werden die Täter schon ausfindig machen, wir werden sie beschützen und wir werden alle ihre Bekanntenkreise, deren sie vorwerfen, sie würden in Satanslogen sein und was auch immer von ihnen fernhalten. Und ja, wenn so etwas bei solchen Hilfseinrichtungen praktiziert wird, und das wird es bestimmt bis heute immer noch, ja, dann sehe ich das natürlich auch sehr, sehr kritisch. Ja. Nicht mehr gibt es ein Angebot weniger. Das Bistum Münster will auch in Zukunft Opfer ritueller Gewalt beraten. Wie das aber aussehen soll, darüber wird derzeit diskutiert. Ja, Nature berät natürlich auch Opfer von rituellem Missbrauch, die das zumindest berichten bis heute. Es ist natürlich sehr, sehr schwierig. Es gibt zwar bei dem Phänomen der dissoziativen Identitätsstörung Persönlichkeiten, die selber skeptisch denen gegenüber sind, die man vielleicht noch eher vernunft zumuten könnte, dass sie das besitzen. Nicht jede Persönlichkeit ist ja nun wirklich psychisch gesund. Warum das auch immer so ist, wir wissen, darüber gibt es Streit unter den Forschern, Wissenschaftlern, Theologen. Naja, dass das natürlich, ich denke mal auch nur 20 Prozent, 20 Prozent aller Betroffenen würden sich an Stellen wenden, wo man das aber auch in Frage stellt und zwar ihre Erinnerungen, ob das in der realen Welt passiert ist oder eben ob diese Erinnerungen irgendwie entstanden sind in dem Körper, aber der Patient nicht selber mehr so wirklich ausloten kann und auch nicht mehr kritisch nachprüfen kann, ist das die Realität oder ist es das nicht? Also jemand, der Paranoia hat, Schizophrenie als Persönlichkeit und nichts mehr in Frage stellt bezüglich seiner eigenen Erinnerungen, der wird es immer schwer haben, sich an Fachkliniken zu wenden oder auch an Exorzisten, an Nature 23 als Beispiel. Vor allem dann, wenn es ihnen doch relativ gut geht oder normal geht, sodass man sagt, ich kann zwar meinen Alltag bewerkstelligen, aber gesund bin ich auch nicht mehr. Die Leute, denen es richtig schlecht geht, wo vielleicht der Selbstmordversuch schon wieder kurz bevor steht oder Selbstverletzungen von anderen Persönlichkeiten schon wieder durchgeführt wurden. In solchen Lagen, erfahrungsgemäß, wenden sich doch denn auch Menschen gerne mal an Fachkliniken oder halt auch an Exorzisten, weil sie sehen, es läuft nicht so gut. Ja, das Leben ist nicht mehr lebenswert oder es gibt scheinbar große Probleme wie Selbstverletzungstrieb oder Suizidversuche und dann greift man doch schon mal zu Möglichkeiten, wo man einhelfen könnte. Und das können Fachberatungsstellen eben nicht, die einem einreden wollen, ja, oder nicht einreden wollen, aber die einem zustimmen. Ja, das sind bestimmt die satanistischen Zirkelkreiser draußen, die ihnen jetzt wieder die Arme aufgeschnitten haben und dass sie die ganzen blauen Flecke am ganzen Körper haben und was auch immer. Das wird wahrscheinlich da in diesen Zirkeln passiert sein. Die können ihnen ja letztendlich bei diesem Problem ja auch nicht helfen, außer sie wegzusperren oder Fußfesseln anzulegen, was auch immer man alles hier so in den Berichten schon mitbekommen hat. Die machen das sicherlich auch irgendwie aus ihrer Sicht aus einem guten Zweck. Ja, ähm, unabhängig, ob das nun stimmt oder der Realität entspricht, was den Opfern dann nun wohl passiert sein soll letzte Woche oder vor zehn Jahren oder zwanzig Jahren. Mag sein, ja, aber nur, ich will das nochmal auch so sagen, natürlich wird man immer als jemand, der diese rituellen Missbrauch, äh, satanischen, äh, kulturellen, naja, kulturell kann man es ja auch nicht sehen, aber aus Kulten, wo irgendwie welche Logen und Vereine und Blut trinken und Kinder opfern und was auch immer eine Rolle spielen, wer das nicht, äh, annimmt, dass es so etwas existiert, Achtung, unter Personen, die dissoziative Identitätsstörungen haben, die werden eher selten aufgesucht, ja, ähm, ähm, man möchte eher jemand haben, der einen das glaubt, was man erlebt hat und wendet sich denn an solche, das ist wie jemand, der sagt, ich glaube, ich wurde von Außerirdischen entführt, die Außerirdischen haben Experimente mit mir gemacht auf ihrem Raumschiff, dieserjenige wird auch wahrscheinlich eher sich an solche Helfer wenden, die an so etwas glauben, die einen beschützen, dass man nicht wieder von den Außerirdischen entführt wird, als bei Leuten aufzutreten, in der Klinik oder beim Exorzisten oder sonst wo, wo man einen gesagt bekommt, ja, aber es könnte sein, dass Dämonen in diese Erinnerung eingepflanzt haben und in der Wirklichkeit ist das nicht passiert, dort wird man sich auch eher weniger hinwenden, als Betroffener von Entführungen von Außerirdischen und Experimenten, die damit eingemacht wurden oder werden, wie auch immer, ja, ähm, das muss man hier auch mit anmerken. Im Teufelskreis psychische Gewalt, Anhänger geheimer Kulte, misshandeln Kinder und kontrollieren Menschen via Hirnmanipulation. Solche Verschwörungserzählungen verbreiten Therapeuten auch unter dem Dach von Kirchen und Kliniken. Beweise für die Taten fehlen. Fatal. Der angebliche Missbrauch wird Patienten eingeredet. Ja, hier haben wir nun den Spiegelbericht, der vor ein paar Wochen erschien, ja, und wenn man sich im Allgemeinen diesen Bericht anschaut, sieht man sehr viele Parallelen einfach nur zum Schweizer Fernsehen, ähm, ja, oder halt auch zum Y-Kollektiv aus Deutschland, dass das so ein Gefühl die einzigen Quellen sind, die man damit einge, äh, eingebracht hat für dieses Ganze. Scheint mir zumindest so, ja, ähm, deswegen dieses provokante Wort, man hätte es dem Patienten eingeredet, da tue ich mich schon schwer mit, weil das den Leser meines Erachtens auch irgendwie, äh, mit in die Irre führen kann, weil eben das nicht so verstanden werden soll, dass die Therapeuten einen das so einreden, sondern dass es immer im Vorfeld so ist, dass der Patient selbst von sich aus behauptet, in solchen Kreisen zu sein und daraufhin der Therapeut möglicherweise der Alltagspersönlichkeit im Körper einredet, ja, ja, da ist bestimmt was dran. So ist es natürlich letztendlich in den ganzen Fällen gemeint und nicht, dass ursprünglich, ähm, die Therapeutin einem das einredet und man selber damit überhaupt gar nie was zu tun hat, auch wenn das hier die meisten Patienten berichten, ich habe vorhin nie etwas damit zu tun gehabt. Mag sein, aber in der Therapiesitzung hat trotzdem eine Persönlichkeit darüber berichtet und die Alltagspersönlichkeit wusste darüber gar nichts, dass, also, sie weiß nichts davon, wahrscheinlich hat sie recht, dass auch nie so etwas passiert ist, ja, aber da gibt es eine Persönlichkeit, die berichtet, dass diese Dinge stattgefunden haben sollen. Nicht, dass sie 100% das auch so, der Körper das erlebt hat, aber, das erfährt der Therapeut in der Therapiestunde von einer anderen Persönlichkeit. Wer auch immer diese Persönlichkeit ist, wer auch immer diese Persönlichkeit geschaffen hat, ob da, ob da Astralreisen und Dämonen und Geister und, und falsche Erinnerungen und Hypnose-Rückführungen und, und geistige Paralleluniversen, was auch immer dabei eine Rolle spielt, dass da so diese Phänomene nun mal da sind und wie diese Dinge zu erklären sind, ne, weil das ist meistens etwas, was natürlich der Spiegel hier viel zu kurz greift, der geht auf jeden Fall gar nicht auf diese Thematik hier groß ein, sondern nur auf die Beschwerden einer Person mit dissoziativer Identitätsstörung oder einer Persönlichkeit. Man kann ja nicht sagen, dass diese Person hier, die jetzt hier wahrscheinlich im Spiegel das Interview gemacht hat, geheilt ist von ihrem Phänomen. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel mich mit dieser Person zusammensetzen würde, ja, in einer, in Anführungszeichen, Therapiestunde, dann würde die Person, ohne dass ich ihr davon was erzähle, genauso mir dann irgendwie welche Persönlichkeiten davon was erzählen, ja, Satanismus, Zauberei, Satans Anbetung und Rituelle und das Duale, was auch immer, ja, und es kann auch sein, dass nach diesem Gespräch die Person dann sagen wird, wenn sie denn im Alltag da draußen ist, äh, nein, nein, das muss der Nature mir eingeredet haben, dass ich da hier irgendwie jetzt da mit Logen oder sonst was hier, das Einzige, was sie dann sagen könnte, wahrscheinlich im Nachhinein ist, er hätte mir eingeredet, ich sei besessen. Das ist in Ordnung, damit könnte ich sogar leben. Im Rückblick ist das ihre bitterste Erkenntnis, wie manipulierbar sie war und wie leichtgläubig, wie sie nach einer gescheiterten Ehe halt bei einer Therapeutin suchte und sich stattdessen von ihren in eine paranoide Scheinrealität ziehen ließ, in einen psychischen Abgrund, ohne Hoffnung und ein eigenständiges Leben. Erzählen kann Marleen Weber das heute nur, weil sie es schaffte, sich aus eigener Kraft aus diesem therapeutischen Wahngebilde zu befreien. Ich muss dazu sagen, Marleen Weber kenne ich persönlich nicht, kann sich gerne auch bei mir melden, wenn sie auch hier aus dem Hintergrund, den wir haben, im Befreiungsdienst, im Christentum, auch sich mal eine Meinung darüber anhören möchte. Meistens ist es aber so, dass Menschen glücklich sind, dass sie dann ihre Krankheit dann nicht mehr so im Vordergrund sehen oder haben. Und da, ich glaube, die Person ja hier davon, ich glaube, ich weiß nicht, ob gerade das schon berichtet wurde, als sie die Therapie begangen, Entscheidung sich befand, mit vielen Problemen. Doch im Nachhinein ist ja, wo sie jetzt sein soll, sie sei in einer Beziehung und da geht es den Menschen meistens noch etwas besserer, als wenn sie alleine sind mit ihren Problemen. Deswegen ist auch hier es eher unrealistisch, einfach aus Erfahrung, dass die betroffene Person sich zum Beispiel an mich wenden würde, solange sie da in ihrer, in Anführungszeichen, glücklichen Beziehung sich befindet. Diese Stärke, das ahnt sie, besitzen viele andere nicht. Noch immer kämpft sie gegen innere Bilder an, die in ihr hochsteigen, dunkle Gestalten in Kutten, Messer, Blut, alles Scheinerinnerungen, entstanden in 83 Therapiesitzungen, bezahlt von ihrer Krankenkasse. Ja, 83 Therapiestunden. Die Krankenkasse hat bezahlt. Deswegen werden die Beiträge immer erhöht, in den ganzen Dispersionen. Okay, das ist nur eine reine Hypothese. Ja, unabhängig davon, ob, muss man dazu sagen, ob nun in dieser Therapie man ihre Vermutungen bestätigt hätte, einer Persönlichkeit, dass da satanische Rituale durchgeführt werden, oder nicht. Auch wenn nicht das bekräftigt werden würde in einer Therapiesitzung, würde wahrscheinlich sich an der Therapiestundenzahl auch nicht viel ändern. Ja, man sagt ja so 10 Jahre Therapiezeit pro Dispersion. Was das kostet. Was das kostet dem Steuerzahler. Steuerzahler. Ja, oder dem Arbeiter. Deswegen sind wir ja auch für alternative Behandlungsmethoden, die nicht so viel kosten und im besten Fall 24 Therapiestunden umfassen und nicht 83. Oder weniger. Ja, das findet sich natürlich auch im Befreiungsdienst wieder. Ohne sich dessen bewußt zu sein, so habe es ihre Therapeutin ihr suggeriert, stehe sie im Bann eines Satanskults. Ein Täterkreis angeführt von ihrem Stiefvater, habe sie in ihrer frühen Kindheit mental programmiert, um sie ein Leben lang in Ritualen missbrauchen zu können, quer durch die Republik spanne sich das Netzwerk von Satansjüngern und noch immer hätten diese die Kontrolle über sie. Davon war die Therapeutin überzeugt. Ja, das ist halt das Problem, wenn die Therapeutin davon überzeugt ist. Ja, das spielt nur eine untergeordnete Rolle. Wie gesagt, sich darüber zu beschweren, eigentlich dürfte man selbst als betroffene Person sich höchstens darüber beschweren, dass man sagt, die Therapeutin hat das nicht ausreichend in Frage gestellt, was andere Persönlichkeiten aus meinem Körper erzählt haben. Das hätte ihr in den Spiegel viel besser reingepaßt, als die Pauschalaussage, die Therapeutin sei schuld, daß ich an so etwas glaube, daß mir das widerfahren sein soll. Um sich aus dem Kult lösen zu können, müsse Weber sich an alles erinnern mit ihrer Hilfe. Je länger die Therapie dauerte, sagte Marlin Weber heute, desto schlechter habe sie sich gefühlt. Ja, wie gesagt, ob das die richtige therapeutische Behandlungsmethode ist, tiefer zu graben nach den Erinnerungen der betroffenen Person oder Persönlichkeit, was wohl geschehen ist, ja, umso problematischer wäre das. Das ist wie bei einer Hypnosesitzung, wenn man in ein angebliches vergangenes Leben zurückreisen möchte, kann auch der Hypnotiseur stundenlang nachgraben und nachgraben. die betroffene Person, die da sitzt und sich in irgendeinem früheren Leben vorfindet, wo sie als Hexe auf dem Scheiterhaufen verbrannt wird. Man würde da immer wieder tiefer graben und was ist da passiert und erzählen sie mal, was da jetzt als nächstes passiert ist. Ja, das gibt es ja auch, das Phänomen. Ich glaube auch nicht, dass das so gesundheitsfördernd wäre, wenn eine Person immer und immer wieder in diese angeblichen früheren Leben zurückgebracht werden, wo sie auf dem Scheiterhaufen verbrennen, wo ich denke, das sind sehr ähnliche Erfahrungsmuster, die man dort in der Hypnose Trance vermittelt bekommt bei solchen Hypnosesitzungen, Rückführungstherapie nennt man das ja, ja, gibt es auch, kennt auch kaum einer, redet auch kaum jemand drüber, ist ja auch okkult, warum sollte man darüber reden, dass das Phänomen vom Gefühl, so nenne ich es mal, vom Gefühl des Betroffenen, der Mensch, der in diese Hypnose Rückführungssitzung geht, ja, dass das wahrscheinlich ungefähr eins zu eins das gleiche Gefühl ist, wie eine Person mit dissoziativer Identitätsstörung, wenn sie berichtet, was wohl in der Vergangenheit mit ihr passiert sein soll, die ganzen satanischen Rituale und die Kindsopferungen und das Bluttrinken und so weiter, dass das eins zu eins vom Gefühl her sich wahrscheinlich genauso anfühlt, wie ein Mann, der sagt, er sei von Außerirdischen entführt worden oder ein Mensch, der in eine Hypnose-Rückführung gegangen ist, um in sein früheres Leben, also in angebliches früheres Leben einzutauchen, wo man mal, wo man eine Hexe war und später dann irgendwann erst wiedergeboren wurde als neue Person, wenn man solche Trugbilder glaubt von Seelenwanderungen oder Wiedergeburtslehren, ja, umso tiefer man da bohrt und forscht, umso mehr hat das Einfluss auf den betroffenen Körper der Person, die dort bei der Therapie sitzt, ob eine Hypnose-Therapie-Rückführung oder hier dissoziative Identitätsstörung, psychische Störung, bitte helfen Sie mir, Therapiesitzung, Ja, denke ich auch, tiefer bohren in diesen okkulten Bereich, so nenne ich es mal, von Scheinerinnerungen oder Wahnvorstellungen, dämonisch eingegebene Erinnerungen, was auch immer, umso schlimmer wird sich das wahrscheinlich für die betroffene Person anfühlen, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Einfach auch aus eigenen wissenschaftlichen Erfahrungen, vor allem auch mit Personen mit DISS, die mir berichteten, was sie alles in ihren Therapien vorher schon erlebt haben, bevor sie zu mir in die Sitzung gekommen sind. Manchmal sei sie nach der Sitzung in ihrer Wohnung zusammengebrochen. Zu der Zeit, sagt sie, habe sie selbst geglaubt, der Kult habe sie in seiner Gewalt. Weber ging zu jener Zeit nicht mehr allein vor die Tür, aus Angst, sie könnte von den Tätern entführt werden. Auf Anweisung ihrer Therapeutin habe sie Kontakte zu Freunden und Familie abgebrochen. Sie schaltete ihr Handy aus, um nicht geortet zu werden. Ja, das ist immer das Problem, das ich auch habe bei der Untersuchung der Fälle, dass die sogenannten Alltagspersönlichkeiten, so nenne ich sie jetzt mal, ja, wir wissen, dass der Nature ein bisschen anders über das ganze Thema denkt, darüber einfach mal meine Videos schauen, über diese Zertivinitätsstörung aus Sicht der Bibel und so weiter, wer sich die Zeit nehmen möchte, aber prinzipiell gesehen ist das Phänomen vorzufinden, dass die sogenannten Alltagspersönlichkeiten entweder skeptisch mit den Aussagen anderer Persönlichkeiten umgehen und sich davon irgendwie distanzieren und sagen, ah, das ist Quatsch, ah, die haben doch bestimmt Paranoia oder so, die anderen Persönlichkeiten, das kann doch nicht wahr sein und dann eher in diese Phase eintreten, dass sie das halt nicht glauben, was andere Persönlichkeiten erzählen, was angeblich man selber sich aber nicht erinnern kann, ja, was aber vielleicht der Therapeut glaubt, das sind halt Abspaltungen von Erinnerungen, von Erlebnissen, angeblichen Erlebnissen im Leben, die der Alltagspersönlichkeit verwehrt werden durch das Innensystem oder die Koordination von Persönlichkeiten und wer hat welche Erinnerungen, oh Mann, ich sag euch, das ist was, naja, also zumindest, wenn man das alles mal durchstudiert hat und dann zum eigenen Forschungsergebnissen kommt, wie diese Phänomene zu erklären sind, ist es halt davon abhängig und es gibt natürlich Alltagspersönlichkeiten, die dann irgendwann anfangen zu sagen, ja, aber wie kann das sein, der Therapeut hat mir erklärt, das sind abspaltende Persönlichkeiten von mir, die mal irgendwie früher diese Dinge wohl erlebt haben sollen, ich kann mich daran nicht erinnern, was ist denn, wenn da was dran sein könnte, weil ich kann mich ja nicht, ich weiß nicht, warum ich mich nicht mehr erinnern kann vor mein 10. Lebensjahr, ich weiß es ja nicht, ob nun mir jemand diese Erinnerung weggenommen hat vielleicht, ein Wesen oder ein Zauberer oder was auch immer, ja, die Frage stellt man sich dann auch nicht, zumindest wenn man da nicht skeptisch genug rangeht, sondern fragt sich auch, warum sind die Erinnerungen auf einmal mein Kopf nicht mehr da, waren sie jemals da gewesen, hat sie mir jemand weggenommen, diese Frage nicht zu stellen, sie sind nicht da, aber der Therapeut sagt, dass die anderen Persönlichkeiten diese Erinnerungen haben und das könnte doch auch der Wahrheit entsprechen, das heißt, vielleicht ist es ja so, dass sich die anderen Persönlichkeiten in meinem Körper an Dinge erinnern aus der Vergangenheit, die sich zugetragen haben sollen und mir sei das dann widerfahren und wenn dem so ist und die sagen auch, diese Täterstrukturen sind immer noch hinter einem her, dass man dann selber anfängt zu sagen, okay, darauf habe ich ja auch keinen Bock, dann schließe ich mich lieber in meinem Zimmer ein und mache mein Handy aus und breche den Kontakt zu meiner Familie ab, weil nicht, dass da noch was dran sein könnte, ich weiß zwar nichts davon, aber da könnte ja was dran sein, weil andere Persönlichkeiten aus meinem Körper das in der Therapie ja wohl mir erzählen oder vielleicht auch Stimmen im Kopf habe und sie mir das erzählen oder ich in meine innere Welt einsteige, meine spirituelle Paralleluniversenwelt, wenn ich nicht vorne bin oder in Trance falle oder was auch immer oder andere Persönlichkeiten meinen Körper übernehmen, da erzählt man mir diese Dinge ja auch oder zeigt mir vielleicht diese Dinge und dann kommt es noch Flashbacks und Erinnerungen zurückgeschmissen in die Vergangenheit und dann, wo man diese Dinge wohl wieder erlebt, die da passiert sein sollen, ja, ähm, das kann natürlich schon auch Alltagspersönlichkeiten dazu bringen zu sagen, ich glaube den Ganzen jetzt und das glaube ich, ist der Marlin hier auch passiert, dass die irgendwie mit, in der Therapie immer mehr darüber erfahren hat, was da wohl mit einem selber passieren soll und sie das einfach der Therapeutin geglaubt hat, ja, die auch daran festhielt, dass da was dran ist und auch sie den Persönlichkeiten des Körpers geglaubt hat, die sie vielleicht selber persönlich nie kennengelernt hat, diese Alltagspersönlichkeit und, äh, dass das der Grund ist, warum sie sich immer mehr in dieses Thema hineinsteigerte und dann den ganzen Abbruch mit Familienkontakten und, naja, und Überwachung, dass man halt nicht in diesen Kult zurückfällt, den es da wohl geben soll, ja, das ist der natürlichen Zustand, der, wenn der erreicht wird, das kann schon, ähm, dramatisch sein für die betroffene Person. Zeitweise glaubte sie, mindestens acht Persönlichkeiten führten in ihr ein Eigenleben. Heute weiß Marlin Weber, dass sie tatsächlich schwer traumatisiert wurde, nicht durch satanische Rituale, sondern durch die angebliche Traumatherapie. Das ist auch immer schwierig, also, pfff, ich frage mich immer persönlich, wie geht es der Person jetzt? Hat sie immer noch Erinnerungsverluste? Tut sie ihren Alltag allein, äh, meistern? Oder wechselt sie sich immer noch mit Persönlichkeiten ab und hat Erinnerungslücken? Ist bei einer Beziehung, er weiß nicht, oh, jetzt fehlen mir zwei Stunden, was in den letzten zwei Stunden passiert, keine Ahnung, aber gut, mein Freund oder mein Erzeuger meiner Kinder oder wie auch immer, der, der scheint sich ja normal zu verhalten, also habe ich keine verrückten Sachen wahrscheinlich erzählt und, äh, scheint alles in Ordnung zu sein. Oder würde jetzt Marlin Weber sagen, nö, nö, ich bin jetzt ganz normal und ich bin immer nur vorne, ich erlebe den ganzen Tag, 24 Stunden, schlafen, aufstehen, zu Bett gehen, alles kriege ich mit, da ist nichts mehr mit Persönlichkeitswechseln, ja, und wenn ein doch Persönlichkeitswechsel trotzdem stattfindet, sagt Marlin Weber, ja, aber nichts mehr irgendwie mit Ritualen oder so, dann wäre die Frage, ja gut, ähm, ich will es mal so beschreiben, vielleicht sind das jetzt zwei, drei, vier Alltagspersönlichkeiten, die da sind, ob die sich nun jetzt kennen oder unterhalten, weiß nicht, ob Marlin Weber, der jetzt irgendwie eine Struktur aufgebaut hat, ähm, jedenfalls, jedenfalls, sind die Persönlichkeiten, die in der Therapiestunde der Therapeutin das alles berichtet haben, die werden wahrscheinlich nicht mehr aktiv sein, jetzt gerade, warum auch immer, wer sie auch immer abgeschalten hat, wer wem da irgendwie kontrolliert und entscheidet, welche Persönlichkeiten mal nach hoch kommen und welche nicht, welche Wesen das sind oder welche Auslöser das hat, ja, darüber diskutieren wir heute auch nicht mehr, wissen wir ja alle, wie der Nature drüber denkt, ja, und, äh, das wäre natürlich schon mal interessant im Nachhinein, ne, also, ähm, dass solche Personen mit dissoziative Identitätsstörungen, die sich kritisch über ihre Therapeuten aufregen, zu Recht, meines Erachtens, sicherlich auch in vielerlei Fällen, warum sie sich dann nicht von Leuten im Nachhinein, die fachkundig sind, zumindest mal beraten lassen oder, äh, mal interviewen lassen, dass man mal ein bisschen tiefer einsteigen kann in die Gesamtproblematik, weil auch der Spiegel, das sind ja keine Fachpsychologen, die sich mit dem Störungsbild auskennen, ähm, weiß man im Nachhinein, wir erinnern uns auch an die ganzen Diss-Personen, die da irgendwie zu welchen YouTubern gegangen sind, äh, oder Christen da irgendwie lange Interviews gegeben haben, ob sie nun meinten, die seien geheilt von Diss oder halt haben es immer noch, das, das sind ja alles Leute, die haben ja keine Ahnung davon, die wissen nicht, welche Fragen sie stellen müssen, weil sie selber vielleicht da neu mit konfrontiert wurden, dass es einfach, auch im deutschsprachigen Raum, das nicht gibt, kritische Auseinandersetzung von Fachleuten mit diesen Themen, ja, also mit Personen, die das erlebt haben, die sich vorher aber beschwert haben über ihre Therapeuten, solange es das nicht gibt, dass eine Marlin Weber oder sonst wer von den ganzen Leuten, die auf YouTube da immer schon irgendwie irgendwo saßen und ihre Berichte gemacht haben, ob sie nun geheilt wurden oder, äh, irgendwie Probleme hatten mit ihrer Therapie, da nicht mit Fachleuten sich hinsetzen und das Ganze mal auswerten, ja, wird es da, glaube ich, auch nicht so wirklich Fortschritte geben in dem Bereich der Aufklärung über dieses Phänomen oder diese Beschwerden gegenüber den Therapeuten, wenn es hier nur bei Fachzeitschriften bleibt und irgendwelchen Leuten, die vielleicht eine große Reichweite haben, aber sonst mit dem Thema nicht so betraut sind, ähm, wird sich da meines Erachtens nicht viel tun, weil da wird es einfach jemanden geben, der wird angeklagt, das ist hier der Therapeut, aber es gibt trotzdem keine Auswertung, ja, wie geht es jetzt Marlin Weber heute wirklich gesundheitlich, wie geht es weiter, gibt es immer noch die Persönlichkeiten, wie geht man damit um und das fehlt und das braucht es eigentlich auch als Aufklärung und wenn es diese Aufklärung nicht gibt, weil es vielleicht von den betroffenen Dispersonen nicht gewünscht ist oder aber sie es nicht dürfen, das würde ich, da würde ich schon eher davon ausgehen, dass gewisse Wesen oder Persönlichkeiten verbieten, sachlich wirklich über dieses Phänomen, äh, aufzuklären, ob nun angeblich geheilt oder hier sich beschweren bei Therapeuten, dass man es nicht darf, den Gesundheitszustand mit Dis im Nachhinein noch öffentlich mal zu berichten, wie es da nun prinzipiell aussieht, ähm, und das fehlt, das, da muss auf jeden Fall noch viel mehr kommen, ähm, denke ich, damit man wirklich auch mit dem Störungsbild umgehen kann, ich nehme mal mich jetzt als Exorzist dort heraus, ich nehme jetzt jetzt nur die ganzen Aufklärer darüber, in die Pflicht, diesen Dingen nachzugehen, ja, ähm, anstatt dieses oberflächliche, äh, herangehen, äh, da beschwert sich jemand über seinen Therapeuten und, und dann erzählt, erzählt er, was da wohl abgelaufen ist, aber man weiß trotzdem im Nachhinein nicht, wie geht's nun weiter mit der betroffenen Person, was ist denn nun mit den Erinnerungen oder wie ist das sich zu erklären oder was auch immer, das fehlt hier auch, äh, viel zu viel. Arbeit mit Überlebenden, sogenannte rituelle Gewalt beschäftigt eine Szene von Therapeuten, darunter Heilpraktiker und Familienaufsteller. Sie behandeln vermeintliche Folgen schwerster Leidenserfahrungen, die es so nach allem Ermessen nie gegeben hat. Ja, Familienaufsteller ist auch sehr okkult, das sind auch okkultistische Handlungen, ja, Zauberei könnte man fast schon sagen, ja, mit diesen, äh, Methoden, da haben sich auch viele beschwert aus dem Christentum, die dann auch Psychologie studieren wollten, in diesem Fachgebiet, dass sie in diesen Kursen mit teilnehmen mussten, die scheinbar auch schon aus dem Okkulten hervorkommen, aber als Therapie, äh, wie auch Hypnose oder was auch immer, äh, eingesetzt werden sollten, als positive Behandlungsmethode, ne, also das ist heute auch sehr, sehr gefährlich, meines Erachtens, was manche Psychologen dort so praktizieren, als Hilfsmittel, angebliches Hilfsmittel, Nature 23 dafür zu kritisieren, dass er den Exorzismus praktiziert, aber Hypnose, Familienaufstellung, Suggestion, oder was auch immer, ja, das ist alles ganz toll, weil das wird man, das studiert man ja, in der Psychologie, deswegen muss das ja auch alles ganz gut sein und heilsam und hat überhaupt gar keine Nebenwirkungen und hat auch überhaupt gar nichts mit dem Bösen zu tun. Ja, so kann man das immer alles gerne hinstellen, ich warne auch davor, vor solchen Behandlungsmethoden, deswegen, Psychologie ist eh an sich meines Erachtens ein Problem, man versucht, die Psyche zu heilen oder der Psyche zu helfen, ja, mit Mitteln, wo man meint, die werden schon helfen, die können zumindest Symptome abklingen oder heilen, die meines Erachtens sehr fragwürdig sind. Das gleiche kann natürlich der Psychologe auch sagen, also Nature, du und deine Methoden, der Exorzismus und so weiter, wie du mit psychischen Problemen umgehst, egal ob die Bibel darüber redet oder der Koran oder der Talmud oder die Thora, die das vielleicht sogar noch bekräftigt, was du da machst, ja, sehen wir das genauso kritisch. Okay, kann man ja sagen, kann man ja sagen, das ist letztendlich wieder weltanschauungstechnisch gesehen die Frage, wie man an diese Sache herangeht, aber so wie meine Behandlungsmethoden kritisch betrachtet werden aus der Aspiritistischen, Atheistischen Weltanschauungslagern da draußen, sehe ich es natürlich genauso kritisch, was da manchmal so an Therapie, Praktiken, die da genutzt werden, in deren Lager genutzt werden, bei solchen Leuten, die Störungen haben, dieser Art zum Beispiel. Oft so lange, bis die Klienten selbst überzeugt sind, extreme körperliche und sexuelle Gewalt in einem Kult erlebt zu haben. Dabei handelt es sich nicht um einen durchweg dubiosen Zirkel. Involviert sind renommierte Vertreter ihres Fachs, allen voran die Traumatherapeutin Michaela Huber. Sie tritt schon seit mehr als 20 Jahren als Kennerin okkulter Sektengewalt auf und hat in dieser Rolle vermutlich hunderte Therapeuten geschult. Ihr vermeintliches Insiderwissen verbreiten diese Fachkräfte in Opferschutzvereinen, Universitätskliniken, Bistümern, Beratungsstellen wurden geschaffen, Bücher veröffentlicht, Fortbildungen und Fachtagungen veranstaltet. Auch das Bistum Münster befeuert trotz massiver Kritik aus anderen Bistümern und aus der evangelischen Kirche Legenden um den rituellen Missbrauch. Ja, leider, leider. Ohne fachkritisch sich da mal hinzusetzen, zusammen, wir werden uns jetzt auch mal mit Leuten hinsetzen, die da auch schon wissenschaftlich andere Studienergebnisse erfolgt haben, wenn es um diese Dinge geht, inwieweit an diesen Rituellen was dran ist oder nicht. Ja, ich sehe das sehr, sehr skeptisch. Auch, dass man solche Therapeuten einfach weiter arbeiten lässt mit ihren Behandlungsmethoden, ohne zumindest, wenn das ja medizinisch ist und von Steuengeldern bezahlt wird, ja, in der Medizin, dass man da verpflichtend oder kontrolliert oder vorgibt, wie man zu behandeln hat und nicht, dass der das einfach so annehmen darf und glauben. Ist natürlich eine Glaubensfrage, natürlich kann Therapeut sein, aber ich glaube daran, dass es so etwas gibt. Ich glaube an Satan, ich glaube an Gott, das gibt es ja auch, vor allem im Bistum macht man das ja meistens, ja, aber dennoch unabhängig an was man glaubt, immer auch im Studium sich die Frage stellen muss, inwieweit hat, wenn man schon an den Teufel glaubt, ja, inwieweit hat denn der Teufel vielleicht auch die Möglichkeit, das mit Erinnerung einzupflanzen von Dingen, die gar nicht da sind oder nicht zumindest in dieser Realität stattgefunden haben, sondern vielleicht haben die ja in der Vergangenheit mal stattgefunden, diese Phänomene, ja, und der Teufel nimmt diese Erinnerung und stülpt die anderen Menschen ein, das ist doch bei der Hypnose-Rückführung genauso, da erlebst du doch auch schrecklichste Sachen, kannst du da erleben in der Vergangenheit, was mit dir angeblich im Mittelalter passiert sein soll, ja, wo es irgendwelche Satansopferungen gab, Kinderopfer, daran können sich der Menschen auch erinnern, die auf eine Hypnose-Rückführungssitzung gehen, mein liebes Bistum, ja, meine lieber Michaela Huber, wie kommen denn diese Erinnerungen statt, willst du denn etwa jetzt auch behaupten, ja, natürlich haben diese Menschen das damals in ihrem früheren Leben erlebt, diese ganzen Opferungen damals, wo sie zusehen mussten, wie 1613 Kinder geopfert wurden, weil sie natürlich dann wiedergeboren wurden, die Seele ist gestorben, wiedergeboren, gestorben und dann bist du dann der Nachfolger von diesen Urseelenverwandten, die sich jetzt aber in der Hypnose-Rückführungstherapie noch daran erinnern können, an diese schrecklichen Taten, die sie da in der Hypnose-Rückführungstherapie halt sehen und erlebt haben, ist das jetzt auch die reale Erinnerung, glaubst du das auch, Michael Huber, dass das denn der Realität entspricht, nur weil es das wirklich mal vielleicht im 16. Jahrhundert gegeben haben könnte? Wenn nein, dann musst du doch genauso kritisch auch mit diesen Dingen umgehen, wenn eine Dis-Person darüber berichtet, inwieweit das nun realistisch dieser Person nun wirklich passiert ist, unabhängig davon, ob es solche Rituale in der Zeitgeschichte gibt, gegeben hat, in der Welt irgendwo passieren, das würde ich ja nicht mal abstreiten, dass es so etwas gibt und dass so etwas praktiziert wird seit 4.000, 5.000 Jahren. Es geht darum, wenn eine Person mit dissoziativer Identitätsstörung darüber berichtet, in der Therapiesitzung, eine Persönlichkeit, wie auch immer, damit muss man sich kritisch auseinandersetzen, nicht kritisch damit auseinandersetzen, ob es irgendwelche satanistischen Rituale gibt in der Welt, die sicherlich mal irgendwo passieren können, ja, sondern mit diesem Phänomen hier, das behauptet wird, man würde in einem Kult sein und es würde mit einem diese Dinge passieren oder als Kind oder was auch immer, das gilt es in der Psychologie meines Erachtens kritisch zu hinterfragen. Etwa mit dem Aufklärungsvideo Im Namen des Teufels Ritueller Gewalt in satanistischen Sekten aus dem Jahr 2016. Um auf höchster Ebene für das Thema zu sensibilisieren, sprachen Expertinnen für Rituelle Gewalt 2017 vor der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs über das Leid der Betroffenen mit Erfolg. Der damalige Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung richtete ein Hilfetelefon für Opfer ritueller Gewalt ein, Forschungsgelder flossen. Eine vierzahl selbsternannte Experten profitiert so von der Erzählung des satanischen Missbrauchs. Betroffene finden Anerkennung, indem sie Aussteigerinterviews geben oder Selbsthilfenetzwerke organisieren. Therapeuten können Patienten, die mit realem Leidensdruck in ihren Paxen kommen, zumindest einen scheinbaren Grund für deren Probleme liefern. Manche Helfer verlieren dabei offenbar die professionelle Distanz und halten alles für wahr, was sie hören. Manche überhöhen ihre eigene Rolle. Sie behandeln nicht nur die schlimmsten Fälle, sie kennen auch geheimste Praktiken. Dabei ist vieles, was in der Szene als Tatsache verbreitet wird, offensichtlicher Unsinn. Fragt man nach ihre ganze Familie des satanistischen Missbrauchs. Ja, ja, so ist das. So ist das. Ja, und auch wenn ich immer wieder Presseanfragen bekomme von Leuten, die über dieses Thema gerne berichten wollen. Ja, leider muss ich natürlich immer sagen, natürlich, mir ist es lieber, man berichtet darüber, dass man skeptisch sein sollte diesem Phänomen, auch wenn man meistens meinen Ansichten dort weniger Gehör schenkt und dass auch nicht gerade religiöse Inhalte denn da verbreitet werden in ihren Medienberichten. Ist okay, ist ja nicht so, dass ich das verlangen könnte. Ja, ähm, merke ich aber zumindest, dass auch da gewisse Medienhäuser auch noch so vernünftig sind, dass sie auch sagen, ja, wir haben ja geprüft und die Polizei sagt, wir haben keine Erkenntnisse darüber, dass da irgendwie mal Fälle aufgedeckt wurden in Deutschland von Dis-Personen, wo wir alles durchstudiert haben und versucht haben, dort diese Täter zu finden, wo Opfer wohl das und jenes, die Dis haben, das erlebt haben sollen. Ja, äh, wie es mir nicht gelungen ist bis heute, nach intensiven auch, äh, Untersuchungen, ja, solcher Fällen, wo irgendwelche Freimaurerlogen wohl aus Norwegen oder wie auch immer daran, äh, mitgewirkt haben sollen oder in irgendeinem Dorf in, in, in Frankfurt oder da irgendwo da, äh, ein Mädchen wohl, äh, foltern und sexuell missbrauchen sollen rund um die Uhr und nichts hat sich davon bestätigt nach Untersuchungen, nicht nach Befragungen, Untersuchungen und das hat die Polizei auch schon öfters gemacht, es gibt ja auch schon genug Berichte darüber auch im Internet, ja, also, ähm, wie gesagt, da bin ich ja froh drüber, dass man auch mir so ein Sagen kann, kann aus der Presse, ja, wir sind auch schon dahinter gekommen, dass da scheinbar nichts dran ist, ja, ähm, und ich würde immer gern das unterstützen und das werde ich auch weiterhin machen, wenn die Presse anfragt, dass man das hinterfragen sollte, wenn es um solche Behauptungen geht, Familienangehörige, die da angeblich da, die einen Kinder foltern oder missbrauchen sollen, Achtung von Personen mit dissoziativen Entitätsstörung, ja, ähm, unabhängig davon, wie man die Dinge sich dann, dann, dann doch erklärt im Nachhinein, ähm, bin ich ja, wie gesagt, froh, dass das zunimmt und dass auch meine Aufklärungsarbeit der letzten drei Jahre ein Stück dazu beigetragen hat und ich ja dennoch auch befragt werde mal von, von, von Medienhäusern diesbezüglich, weil ich ja einer der wenigen bin auch hier, die hier öffentlich darüber kritisch berichten und die damit auch selber schon zu tun hatten und nicht nur darüber gelesen haben oder in Büchern gelesen haben, sondern mit den Betroffenen selbst gesprochen haben oder halt den Dingen nachgegangen ist von Betroffenen, ja, und, äh, ja, es geht meines Erachtens immer noch darum, A, ich will den Menschen ja auch helfen, die anderen wollen ihnen sicherlich auch helfen, die wollen, dass sie nicht mehr zu solchen Therapeuten hier gehen, wo sie das Eingerede bekommen, dass da was dran ist und dementsprechend die Therapie aufgebaut wird, ja, und, äh, auch wenn ich von den Medienhäusern jetzt nicht wirklich unterstützt werde, dass die sagen, ja, schauen sie doch mal bei Nature 23 vorbei, gehen sie mal zum Exorzisten, vielleicht kann derjenige hier helfen, dass diese komischen Erinnerungen verschwinden, an die sie glauben, ähm, gut, das ist halt so und ich kann mir auch schwer vorstellen, dass auch, dass, dass in der Zukunft ein christliches, ähm, Medienportal irgendwie mal das aufgreifen wird und sagen wird, ja, vielleicht sollten die Leute sich doch mal einen Exorzismus unterziehen, damit sie von ihren Wahnvorstellungen wegkommen, ähm, rechne ich nicht wirklich mit, aber, ähm, ist auch nicht so schlimm, wenn aus diesen Kreisen, also den Medienblättern oder TV-Sendungen, was auch immer, dort das nicht beworben wird, ja, das, das kriegt man ja schon selber hin, da braucht man nicht unbedingt die Hilfe der Medienhäuser. Doch Selbstvertreter der Szene können keinen Fall nennen, in dem das nachweislich geschah. Geht es um Verbrechen kultischer Täterkreise, fehlten in den Gewaltsschilderungen angebliche Betroffener stets nachprüfbare Indizien, wie Angaben zu Tatorten, Namen, Verletzungsmustern. Die Bremer Kriminologin Petra Haselmann ist dem Phänomen nachgegangen. Dafür sprach sie mit zahlreichen Menschen, die sich als Überlebende ritueller Gewalt bezeichnen. Diese setzen sich nicht mit der Frage nach der Glaubhaftigkeit ihrer Erzählungen auseinander, so Haselmanns Resümee, sondern machten rituelle Gewalt Gut recherchiert, Petra Haselmann, an der sich Freund und Feind scheiden. Wer Betroffene nicht glaube, stehe aus Sicht der Szene auf der Täterseite. Doch so ist das. Nature gehört ja auch zur Täterseite. Auch jede Polizisten und Staatsanwälte, die berichten darüber, dass da nichts bei rauskam nach den Untersuchungen und obwohl man nachweisen sogar konnte, dass da nichts dran ist. Das sind alles Täter, alles Tätergruppen. Das ist eine Glaubensfrage. So ist das. Wer blind glaubt, unterstützt, dass Hilfesuchende wie Marlin Weber auf andere Art zu opfern werden. Richtig. In ewigen Therapiesitzungen, Auslandskuren oder was auch immer und Familienkontaktabbruch und so weiter. Obwohl ja um nicht nötig wäre, weil wenn an diesen ganzen Sachen nichts dran ist, dass die Familie da einen Sex missbrauchen sollte oder foltern sollte, wäre das alles nicht nötig. Und ich habe ja auch schon Kontakt mit Familien gehabt, wo die Eltern echt vieles durchlitten haben mit betroffenen Dispersonen, wo sie selber angeschuldigt wurden, dass sie da ihre eigenen Kinder foltern sollten oder missbraucht haben sollen. Und da fehlt es meines Erachtens, wie so oft auch, jeder weiß ja, ich habe ja auch mal in der Sektenaufklärung über Shin-Chun-Chima gearbeitet und habe auch versucht, mit Familien darüber zu reden, dass sie an die Öffentlichkeit gehen, öffentliche Interviews machen. Und leider trauen sich das dort nicht die Leute. Und auch bei den Dis-Leuten trauen sich die Eltern von Betroffenen nicht, sachliche Aufklärung zu machen, irgendwelche Dokus mal zu drehen oder Interviews zu machen. Sie trauen sich das nicht. Sie wollen halt nicht in der Öffentlichkeit stehen. Aber manchmal sage ich mir, sollte man sich doch um der Wahrheit willen aufopfern. Warum nicht? Es sei egal, ob man nun, ja, gucken die Leute einen komisch an, weil man halt einen Sohn hat, der da irgendwie meinte, seine Eltern hätten ihn missbraucht, aber sich da herausstellte, dass ihm ja gar nichts da dran ist. Das braucht auch in diesem Bereich noch sehr starke Aufklärung, dass halt Angehörige von Dis-Personen an die Presse gehen, in die Öffentlichkeit gehen und darüber reden. Das würde den Betroffenen helfen. Ja, geschieht auch viel zu wenig bis gar nicht bis heute. Weber, heute 32 Jahre alt, hat einen Treffen mit dem Spiegel zugestimmt, obwohl es ihr offenkundig schwerfällt, über all das zu sprechen. Am Kaffeetisch sitzt eine zerbrechlich wirkende Frau, die auf der Suche nach Erklärungen in ihre Erinnerungen eintaucht. Diesmal in die Echten. Als sie Hilfe in der Therapie suchte, sei sie labil gewesen. Ich mache mir Vorwürfe, sagte sie. Ich habe ja nicht nur Zeit verloren, sondern auch mein Kind, weil Amtsgericht und Jugendamt der Therapeutin glaubten, etwa, dass Weber's Kind bei einer rituellen Massenvergewaltigung gezeugt worden sei und die Satanisten es zurückverlangen könnten. Lebt ihre Tochter heute bei einer Pflegefamilie? Ja, das sind einige Diss-Personen, die ich kenne betroffen, die da auch irgendwie ein Kind haben, woher sie das auch immer haben und mussten es dann abgeben, weil sie selber psychisch zu labil sind. Kann ich aber zum Teil auch nachvollziehen. Ob das immer der Fall sein muss, das ist vielleicht übertrieben, weil ich kenne ja auch Betroffene, die Kinder haben und wo die Kinder dort bleiben dürfen. Gut, da weiß ich nicht mal, ob die eine offizielle Diagnose auch haben. Das weiß ich nicht mal. Das ist ja auch manchmal gar nicht so leicht feststellbar, wenn man sich da nicht genau untersuchen lässt oder es keine schweren Vorfälle gab. Aber ja, das ist halt mir auch schon öfters begegnet. Ja, dass meistens denn betroffene Diss-Personen alleine leben und ihre Kinder oder ihr Kind, dass sie vielleicht mal irgendwo, wo mal irgendwie aus Versehen, wie auch immer, naja, was ungewollt entstanden ist und ich meine damit kein Ritualtreffen, sondern einfach nur, man war mit irgendeinem Mann zusammen und hat da seine sexuellen Bedürfnisse gestillt und hups, dann war man schwanger, dass das öfters vorkommt. Ja, so ist das halt. Und dass man natürlich als betroffene Person da lieber sein Kind wieder zurückhaben will. Ja, für mich auch verständlich. Kommt aber auf den Zustand des Menschen an, weil nicht jede Diss-Person ist ja gleich. Manche haben echt ihre Probleme, dass sie auf jeden Fall, auf gar keinen Fall Kinder erziehen sollten. Manche generell, äh, könnte man sagen, ähm, könnten es doch noch. Ja, zumindest wenn noch jemand dabei ist. Ja, was ich ja schon wieder sehr interessant war, als ich den Spiegelbericht gesehen habe, ist dieser Zettel hier mit den Namen drauf, den es ja wirklich geben soll. Und allein, wenn ich die Persönlichkeiten hier wieder angucke, Cora, Lara, Jill, Sarah, Kim. Ähm, interessanterweise immer gibt es davon immer 50% manchmal von Persönlichkeitsnamen, die andere Diss-Personen auch haben. Das ist schon Zufall, oder? Zufall? Zufall? Ja. Sie ist zwei Jahre alt. Marlin Weber führt jetzt zwei Kämpfe. Sie will, dass ihr Kind wieder bei ihr leben darf. Und sie will verhindern, dass noch mehr Menschen Opfer einer solchen Pseudotherapie werden. Die Existenz von Geheimkulten, in denen im Verborgenen schwerste Verbrechen begangen werden, ist seit Jahrhunderten Stoff von Verschwörungserzählungen. Im Mittelalter mit antisemitischen Zügen. Juden, hieß es, würden das Blut von Christenkindern trinken. Heute geht es, wie in Webers Fall, eher um Satans Anhänger, die angeblich in schwarzen Messen ihre Opfer foltern, deren Blut trinken und sie manipulieren. In dem, auch auf Deutsch erschienen, Fachbuch einer kanadischen Psychologin mit dem Titel Jenseits des Vorstellbaren beschreiben betroffene detailliert regelmäßige Menschen Opfer an satanischen Feiertagen. Ein angebliches ehemaliges Mitglied bezeugt im Kult Vergewaltige, ein Mann im Teufelsgewand, Kinder im Alter zwischen 12 und 18 Monaten. Mädchen würden erstmals im Alter zwischen 11 und 13 Jahren geschwängert. Ihre erstgeborenen männlicher Säuglinge für derartige Verbrechen. Über die angeblichen Täterkreise heißt es in einer Broschüre des Fachkreises Sexualisierte Gewalt in organisierten und rituellen Gewaltstrukturen beim Bundesfamilienministerium aus dem Jahr 2018, mancherorts seien Familien generationsübergreifend eingebunden. Oft wird darauf hingewiesen, dass die Täterinnen und Täter eine gehobene Stellung in der Gesellschaft hätten. Beamte, Lehrer, Richter, Politiker. In den Medien finden vermeintlich Betroffene Gehör. 2020 spricht eine Frau in einem Video von ZET, dem Online-Magazin der ZEIT, über Ekeltraining durch Kultanhänger und Kindstötungen. Na, wie gut, dass Nature alle diese Videos kommentiert hat. Nichts ist einer, der aufklärt. Ja, darauf brachte der Westdeutsche Rundfunk eine Radiosendung über Kinder, die in Sekten ausgebeutet werden. Zuletzt erschien in der Taz eine Reportage über rituelle Gewalt. Überprüfbare Angaben, die auf kultische Netzwerk schließen lassen, fehlen in allen Beiträgen. Kein Grund zu zweifeln bei denjenigen, die solche Erzählungen weitertragen. Das zeige nur, dass die Vertuschung rituellen Missbrauchs auch von Ärzten, Ermittlern und der Justiz betrieben werde. Und der Rest der Gesellschaft verschließe die Augen vor ritueller Gewalt. Zu schrecklich sei die Vorstellung solcher Exzesse. Kann das sein? Wohl nie verfolgt die Gesellschaft so entschlossen Vorwürfe sexuellen Missbrauchs wie heute. Fortlaufend decken Ermittler erschütternde Fälle organisierter sexueller Gewalt auf, in denen Täterinnen und Täter strategisch vorgehend Kinder für den Missbrauch weiterreichen. Staufen, Lütke, Münster, Wermelskirchen, Medien berichten detailreich über solche Tatkomplexe. Es gibt Zeugen, Spuren, Aufnahmen, manchmal sogar Geständnisse. Was es in diesen Fällen nicht gibt, Hinweise auf kultische Hintergründe. Folgt man Experten wie Bianca Liebrand von der Beratungsstelle Sekteninfo Nordrhein-Westfalen in Essen liegt der Skandal beim Thema ritueller Missbrauch nicht im kollektiven Wegsehen, sondern in fehlgeleiteten Hilfsangeboten. Jedes Jahr, so Liebrand, meldeten sich bei der Sekteninfo etwa 20 Menschen, die in einer Therapie erstmals erfahren haben wollen, Opfer ritueller Gewalt geworden zu sein. Nach der Therapie sind sie noch destabilisierter als zuvor, sagte Liebrand. Wüsste man von einem Arzt, dass er mit falschen Operationsmethoden Menschen gefährdet, gäbe es einen Aufschrei. Und es gibt weitere Opfer, die zu Unrecht beschuldigten. Hilfe finden sie beim Vereinvollsten Memory Deutschland. Übersetzt falsche Erinnerungen. Gründerin Heidemarie Kamanz berät jene, die von einem erwachsenen Familienmitglied aus dem Nichts des kultischen Missbrauchs beschuldigt wurden. Oft, nachdem sie aus anderen Gründen therapeutische Hilfe suchten. Ja, klar, das natürlich immer dann, wenn jemand zu Unrecht beschuldigt wird von einer Disperson, man hätte jenes oder jenes getan, ja, ähm, ja, dann, dann, dann geht der Spuk los, ne, als betroffene Familienangehörige oder so. Ja, gut, wenn die, natürlich, sage ich mir, ist es immer besser, wenn es da irgendeine False Memory Fachabteilung gibt, wo man sich hinwenden kann. Man muss sich nicht mal gleich beim Exorzisten melden. Ich glaube, die meisten glauben ja auch nicht mal an Gott und den Teufel, wenn man mit solchen Dingen, äh, konfrontiert wird, dass irgendwie angeblich seine Kinder vergewaltigt haben soll. Das findet sicherlich auch da draußen statt, aber ich rede jetzt wie gesagt von Dispersonen, die das behaupten und der, 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 äh, mutmaßliche Täter von sich aus ja überzeugt ist, ich habe nie so etwas getan, aber warum glaubt denn mein Sohn oder meine Tochter, dass ich das gemacht haben soll? Dass die natürlich eine Anlaufstelle haben, das denke ich, ist wichtig. Die können sich auch bei mir melden, sehr gerne, würde auch sehr gerne auch weiter nachforschen und wenn die betroffenen Personen sogar wollen, kann man da auch anonymisiert und mit Stimme verstellen auch mal Interviews machen, um darüber aufzuklären, was sie so selbst so erlebt haben, ähm, mit den Anschuldigungen desgleichen. Das gibt zwar im, im, im englischsprachigen Bereich gibt es schon solche, äh, Sendungen, Dokus, wie auch immer, aber auch im deutschsprachigen Bereich fehlt es hier auch noch, äh, Aufklärungen von Familienangehörigen, die so etwas erlebt haben und wie gesagt, ich gehöre zu denen, die den Betroffenen natürlich glauben und sagen, ja, wenn sie mir sagen, äh, sie haben das nicht getan, was ihr Sohn oder ihre Tochter ihnen vorwirft, ja, dann lässt sich das ja auch erklären mit diesem Phänomen der falschen Erinnerungen, deswegen muss da sich auch keiner fürchten, wenn er mit mir in Kontakt tritt, dass ich denn irgendwie das glaube, vielleicht, was ihm da selber vorgeworfen wird, wenn er meinen möchte, er will dazu auf, äh, dazu beitragen, dass, äh, ähm, dass es halt diese, diese, diese Phänomene gibt, diese falschen Anschuldigungen und, dass man da als Betroffener vielleicht auch, äh, anderen Betroffenen mithelfen kann, indem man da ein bisschen öffentlich im deutschsprachigen Bereich auch aufklärt. Was in solchen Therapien geschieht, bringt unendliches Leid über die Familien, sagt Kamanz, die auch Marlin Weber unterstützt. Mehr als 600 Fälle, in denen induzierte Erinnerungen eine Rolle spielen, kenne sie mittlerweile, sagt Kamanz. Sehr selten stecke eine psychische Krankheit oder Autosuggestion hinter der falschen Erinnerung. Meist sei sie durch eine Therapie erzeugt. Im Frühjahr 2018 versucht Marlin Weber, ihr Leben in den Griff zu bekommen. Nicht zum ersten Mal. Sie ist zu der Zeit 27 Jahre alt und will eine schwierige Trennung verarbeiten. Ja, eine schwierige Trennung verarbeiten, ne? Das kann ja schon ein Einfallstor sein für Dämonen, theoretisch. Aber, ähm, lassen wir das Thema mal. Ähm, aber auch hier diese, wieder zu sagen, dass die Therapie wieder schuld ist, dass Leute sich an so etwas erinnern können, bin ich vorsichtig, wie gesagt. Das sollte man nicht meinen. Auch wenn die Patienten sagen, ja, ich wurde in der Therapie falsch behandelt, die haben mir das eingeredet. Nein, 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 nein. Unrealistisch. Ein Prozent Wahrscheinlichkeit, dass das eingeredet wurde. 99 Prozent der Fälle haben die Persönlichkeiten selbst davon berichtet. Und der Therapeut hat das nur bestärkt, diese Berichte der Persönlichkeiten. Nicht, dass der Therapeut damit angefangen hätte. Ihre Kindheit sei schwierig gewesen. Ohrfeigen vom je zornigen Stiefvater. Mit elf, sagt sie, habe der Vater eines Freundes sie missbraucht. In der fünften Klasse begangen sie stark zu stottern. Das Gymnasium habe sie ohne Abschluss verlassen. Später kommt sie in therapeutischen Wohngruppen unter, in Gastfamilien. in psychiatrischen Kliniken. Weber sagt, sie habe sich selbst verletzt, sei depressiv gewesen, zeitweise Suizid gefährdet. Sie lebt von Hartz IV. 2015 heiratet sie doch. Ihr Mann habe getrunken und sei gewalttätig geworden. Nach drei Jahren ist die Ehe am Ende. Davon will sich Weber im Gezeitenhaus nahe Köln lösen. Einer Privatklinik mit Schwerpunkt traditionelle chinesische Medizin. Sie leidet unter Schlafstörungen, ist wenig, wirkt abwesend. Das größte Handicam ist ihr Stottern. Unter Stress Sprachstörungen, steht auch in der Bibel, können auch von Dämonen verursacht sein durch gewisse Traumata, die man erlebt hat oder gewisse Dinge, die im Leben passiert sind. Kann man auch heilen bei Bedarf. Das bringt sie kaum ein Wort heraus. Weber erinnert sich, die Therapeutin dort meinte, hinter meinen Symptomen müsse noch mehr stecken. Mit der Verdachtsdiagnose Dissoziative Identitätsstörungen verweist man sie an eine angebliche Traumaexpertin. In der Psychiatrie steht der Begriff Trauma für ein spezifisches Phänomen. Ausgelöst durch ein sehr belastendes Ereignis kann das Gehirn nicht mehr verarbeiten, was es gerade erlebt. Nach einem solchen Trauma können Menschen an wiederkehrenden Erinnerungen leiden, den sogenannten Flashbacks. Wenige reagieren, indem sie das Ereignis abspalten vom Rest ihrer Lebenserfahrung. Ja, schlimm genug, dass das immer abgeleugnet wird, dass es so etwas gar nicht gibt. Der juckt der Nätsche schwer in den Fingern, aber alles zu seiner Zeit. Dis im International Klassifikationssystem der Krankheiten gelistet in dem ICD-11. Im Feld Rituelle Gewalt arbeiten etliche Therapeutinnen und Therapeuten mit einem viel weitergehenden Konzept. Demnach hätten Täter Fähigkeiten, eine dissoziative Störung gezielt auszulösen, etwa durch Folter. Die Sekten unterhalten Ausbildungslager, in denen Persönlichkeitsspaltungen erzeugt werden, heißt es etwa im Buch Rituelle Gewalt, herausgegeben von einem Arbeitskreis der Bistümer Osnabrück, Münster und Essen. Ja, schlimm genug. Ja, es wird zwar sowas berichtet von Dis-Personen. Viele Dis-Personen, mit denen ich mich getroffen habe, berichten so etwas. Aber wie gesagt, die Beweise fehlen und die Untersuchungen können auch gar nicht durchgeführt werden. Nicht mal mit den betroffenen Dis-Personen, dass sie freiwillig mitmachen würden. Es ist einfach nur als Behauptung im Raum. So wie auch, ich habe ja auch mit Schizophrenie-Patienten zu tun, die mir einfach sagen, doch, doch, ich werde abgehört. Doch, doch, die machen das. Doch, 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 die machen das. Da sind immer ein Wanzen bei mir im Haus und die hören mich alle ab und die beobachten mich 24 Stunden rund um die Uhr. Ja, die gehen auch einfach davon aus. Ja, ohne dass ich jetzt sage, ja, da könnte ja was dran sein. Wir könnten jetzt zu ihnen nach Hause gehen, dann gucken wir mal, wo die Wanzen sind. Und wenn wir das machen würden, dann würde der Patient sagen, na, die haben die jetzt wahrscheinlich doch schon wieder entfernt, weil sie wussten, wir kommen und untersuchen das jetzt. Ja, dass das auch meistens dann natürlich ins Leere führt, solche Untersuchungen. Das halte ich auch für Quatsch. Ich habe auch dieses MK-Ultra-Phänomen untersucht, sogar mit Dispersonen und da hat nichts funktioniert. Also ich könnte im höchsten Fall sagen, dass man versuchen könnte, versuchen könnte, gewisse Dinge zu probieren, die man unter MK-Ultra verstehen könnte, aber die Situation, dass man sagt, dass das hundertprozentig funktioniert, scheitert meistens, oftmals immer dann, wenn gewisse Innenstrukturen bei multipler Persönlichkeitsstörung oder Dis, denn da irgendwie die Beschützerrolle einnehmen oder irgendwie die Administratoren sind von dem System, die sich eigentlich in 90 Prozent der Fälle dann einschalten. Ja, und wenn sie sich denn nicht einschalten, dann lasse sich selbst in meinen Forschungen nicht erklären, wie es denn hin und wieder doch sein kann. Also ich habe ja da auch schon viele Experimente durchgeführt mit Dispersonen bei diesen Phänomenen, die da mit MK-Ultra angeblich funktionieren sollen, wo ich sage, eine Erfolgsquote von 1 Prozent ist jetzt auch nicht so groß und das lag jetzt nicht daran, ja, Nature, du hast die da nicht genug gefoltert, also ich habe die nicht gefoltert, ich habe niemanden gefoltert mit Dis, um herauszufinden, ob MK-Ultra funktioniert oder so, ja, aber auch so nicht, außer natürlich gibt es Behandlungsmethoden, um Dämonen auszutreiben. Das ist aber noch ein anderes Thema, ob geht es jetzt nicht, jetzt geht es hier dabei gerade mit diesem MK-Ultra oder man könnte irgendwie Menschen, Persönlichkeiten einprogrammieren oder so, wie das da behauptet wird. Also da würde ich auch sagen, das ist eher unrealistisch, dass das funktioniert, auch wenn es behauptet wird, dass das funktionieren soll. Würde eher andere Thesen vermuten, warum hin und wieder mal das denn da klappt oder da nicht klappt und da wieder klappt und da nicht klappt, wenn es um diese vermeintlichen Sicherheiten geht. Man könnte irgendwelche Persönlichkeiten ja vortriggern und die würden dann hundertprozentig denn und hier und da, also vergiss es, vergiss es einfach. Ich habe schon so viel ausprobiert von Dingen, die scheinbar auch hätten funktionieren müssen. Ja, was weiß ich, immer ein Beispiel. Hier gibt es ein Liedspiel, dieses Lied ab, also ich zitiere mal eine Dispersone, wenn du dieses Lied hier abspielst, dann bleibe ich vorne als Persönlichkeit, weil die anderen Persönlichkeiten, das alle, das geht nicht, die sind ja nicht vorne. Die können nicht nach vorne kommen, wenn jenes oder jenes ist. Oder wenn ich in einem alkoholisierten Zustand bin, dann kommen die anderen auch nicht nach vorne, weil die mögen kein Alkohol, nur ich bin dann vorne. Das hat sich aber alles nicht bestätigt. Das wurde natürlich dann getestet und geguckt und nichts da. Natürlich kamen immer noch andere Persönlichkeiten vor, wenn auch nicht alle, aber zumindest die Leute, die meistens das Sagen haben und haben sich denn da schon mal eingemischt hier und da und gesagt hat, äh, äh, nein, obwohl denn die eine Persönlichkeit denn sagen würde, doch, ich, äh, was auch immer, ähm, geh jetzt im Supermarkt klauen oder so. Ja, dass das doch nicht passiert ist, weil sich da eine eingemischt hat von den Innenpersonen. Obwohl die ganze Zeit man Kopfhörer hat mit der Musik, mit diesem abscheulichen Musiktitel, wo ich schon sagte, boah, wer hört sich denn sowas an, aber die betroffene Persönlichkeit, die, das war ihr Lieblingslied und es konnte keiner ab, aber dennoch hat es nicht funktioniert, dass die Persönlichkeit vorne blieb mit ihrem, mit ihrem Vorhaben, dass sie vorhatte, dass sie dann Erfolg hatte damit. Also nur was als Beispiel, ne, dass auch diese Dinge immer irgendwie in den Trigger setzen und dann klappt das schon und dann geht das schon, ähm, ne, 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 ließ sich anders erklären, und zwar denke ich schon, dass da manchmal was machbar ist, aber was der Auslöser und die Ursache dafür wieder ist, dass manchmal sowas funktioniert, da sind wir wieder bei Dämonen und lassen wir das lieber, aber, ähm, würde ich auch selber nicht bestätigen können, nach meinen eigenen Forschungserkenntnissen mit Dispersone. Dem Betroffenen fehle dann jede Erinnerung an das Geschehene. Im Juni 2018 betritt Marlin Weber zum ersten Mal die Praxis von Jutta Stegemann in Münster. Nach eigener Auskunft arbeitet die abprobierte psychologische Psychotherapeutin seit 20 Jahren mit überlebenden ritueller Gewalt. Stegemann führte zudem die entsprechende Beratungsstelle beim Bistum Münster. Barsch und Autoritär habe Jutta Stegemann auf sie gewirkt, sagt Weber. Ihre traumatische Trennung sei schnell gar kein Thema mehr gewesen. Es ging nur um den Satanismus. Vor dem Familiengericht wird Weber sagen, sie habe durch ihre Therapeutin zum ersten Mal davon erfahren, was passiert sein soll. Gemeint ist der angebliche satanische Missbrauch. In der seriösen Traumatherapie geht es darum, Klienten zu stabilisieren und sie gegen Erinnerungsschübe zu wappnen. Ihre Therapeutin hingegen, so schildert es Weber, habe von ihr verlangt, wieder und wieder Bilder des vermeintlichen Missbrauchs an sich aufsteigen zu lassen, an denen sie keine Erinnerung gehabt habe. Mit bunten Steinen soll sie ihre Innenpersönlichkeiten aufstellen und ihnen Namen geben. Davon hat Weber noch ein Foto. Als Erinnerung notiert sie ein Mädchen, das von einer hohen Priesterin zum Alltag geführt wird. Ich musste folgen. Glockenklänge, ein Messer, Blut spritzt, genau wie in einem Buch geschrieben, das sie auf Stegemanns Anweisungen durchgearbeitet habe. Die Therapeutin habe das als Durchbruch gefeiert. Stegemann habe ihr... Ja, aber hier würde ich davon ausgehen, diese Frau Stegemann hat von der Dispersönlichkeiten das gehört und hat dann festgestellt, ist ja auch ein Phänomen, dass das genau der gleiche Bericht ist, den sie in einem Buch vor sich findet, wo das genauso drin steht. Und in dieser Weise zu sagen, ich habe einen Forschungsdurchbruch, weil ich habe jetzt eine Dispersön vor mir, die niemals mein Buch gelesen hat. Also unrealistisch zumindest erscheint das. Aber dennoch berichtet sie von diesen satanischen Messen und was auch immer, Hexenmessen. Und es ist genauso, wie es mir jemand anders schon erzählt hat, unabhängig von dieser Person aus dem Ausland. Und es ist die gleiche 1 zu 1 Geschichte. Und gucken Sie mal hier im Buch, da steht Ihr Fall genau drin von einer anderen Person. So ist das, glaube ich, zu verstehen. Und ja, das ist genauso das Phänomen mit diesen Namen. Diese ganzen Persönlichkeiten, die aus tausend Persönlichkeiten bestehen, wenn du da manchmal manche mit Namen vorfindest, die, wie gesagt, da sind oftmals viele Namen dabei, die auch andere Persönlichkeiten haben mit anderen Menschen, die das haben. Da fragt man sich auch so ein bisschen, das ist ein bisschen ungewöhnlich. Also für mich zumindest auch, dass man meinte, es sei Zufall, ja, ungewöhnlich, und diese Namen stehen auch nicht in irgendwelchen Büchern drin oder so. Die sind einfach da. Und wenn du diese Person fragst, warum heißt denn du so? Ich weiß das nicht. Ich heiß halt so. Ich weiß auch nicht, warum. Ist schon manchmal sehr auffällig dann. Ja, und dieses Phänomen hat wahrscheinlich die Therapeutin auch so gemerkt, oh, was? Oh, boah, ist ja wie in meinem Buch hier. Hier lesen Sie mal das Buch durch. Und der Hintergrund hat zu sagen, ja, diese Gedanken und Erinnerungen sind nur aufgetaucht, weil die betroffene Person das Buch jetzt gelesen haben soll. Und deswegen hat sie daran geglaubt. Nein, das zu kurz gegriffen, das glaube ich hier auch nicht. Ich denke mal, das ist auch nicht gut recherchiert. Ihr erklärt, sie sei in den kultischen Kreis hineingeboren worden und verfüge über Geheimwissen. Ihr schweres Stottern resultierte aus einem Redeverbot durch die Kultobersten. Logopädie sei sinnlos. Ohne dass sie sich dessen bewusst sei, werde sie bis in die Gegenwart gefoltert und missbraucht, um ihre hierfür geeigneten Persönlichkeitsanteile nach vorne zu holen. Benutzen die Täter etwa Musik aus einem Autofenster? Es könne passieren, dass sie sich dann in das Auto setzt und zu Ritualen abtransportiert werde. Um sich dagegen wehren zu können, habe Stegemann gesagt, müsse Weber alle ihre Innenpersönlichkeiten miteinander versöhnen. Therapiedauer bis zu zehn Jahre. Der Spiegel hat Jutta Stegemann zu einem Gespräch getroffen. Drei Stunden lang doziert sie über Mind-Control und Inpersönlichkeiten, erwähnt dabei den Auschwitz-Arzt Josef Mengele, den belgischen Kinderschänder Marc Dutro, den Campingplatz in Lütke. Volkmann Stegemann steckt hinter allem satanische Täterkreise. Sie spricht von einem Chirurgen, der Chips aus den Körpern der Opfer entferne, mit denen ihre Missbraucher sie orteten. Ja, berichten sicherlich Dispersönlichkeiten. Ganz bestimmt. Das hat sich die Frau Stegemann sicherlich nicht ausgedacht. Aber sie glaubt das einfach alles. Sie glaubt das einfach alles. Hat es nie untersucht. Kann es ja auch nicht untersuchen, weil dann sind die Chips wieder entfernt worden. Mit Operationswerkzeugen, die keine Namen hinterlassen. Ja, 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 ja. Ist dann alles gar nicht mehr zu erweisen denn im Nachhinein. Aber findet trotzdem statt. Na, das ist halt problematisch. Problematisch. Ja, Frau Stegemann. Da haben sie sich in den Nesseln gesetzt wahrscheinlich. Oh, hätten sie mal bloß nicht das Interview gemacht. Oh, hätten sie geahnt, was da für ein Bericht am Ende da rauskommt. Ja, aber da sind sie selber dran schuld. Sind sie selber dran schuld, denke ich. Sie hätten selber kritisch, auch jetzt können sie immer noch kritisch darüber nachsinn und nachdenken, aber es ist ja in ihrer Freiheit und in ihrem Weltbild entscheidend, wie sie darüber denken. Aber, tja, das ist das Gute. Deswegen ist es hier auch, auch hier die Leute, nicht nur der National 21, auch der Spiegel hier mit wissenschaftlichen Methoden herangeht, um die Dinge nachzuprüfen, ob da was dran ist. Ja, und das ist gut, finde ich gut. Auch wenn die Ergebnisse letztendlich für mich nicht zufriedenstellend sind, aber das hat wieder mit meinem Erfahrungsbereich zu tun. Fragt man die Therapeutin nach ihrer ehemaligen Klientin Marlin Weber, muss man ihre Antwort so verstehen, als hätten die Täter Weber auf Stegemann angesetzt, um sie zu stoppen, weil sie zu gute Arbeit leistete. Am Ende der Unterhaltung untersagt Stegemann im Spiegel, Informationen aus dem Gespräch zu verwenden. Auf eine weitere schriftliche Anfrage antwortete sie, sie wolle sich nicht äußern. Marlin Weber hatte Stegemann zuvor von der Schweigepflicht entbunden. An einem Tag im Oktober hat das Trauma-Institut Mainz zu einer Tagung geladen. Dissoziative Identitätsstörung, Diagnose und Therapie. Gekommen sind drei Mitarbeiter des Opferhilfevereins, Weißer Ring und sieben Psychotherapeuten. Die Psychotherapeuten Kammer Rheinland-Pfalz erkennt das Seminar als Fortbildung an. Brigitte Boße leitet das Institut, sie arbeitet seit 30 Jahren mit Opfern sexueller Gewalt. Die ärztliche Psychotherapeuten sitzt in einem Gremium der Deutschen Bischofskonferenz, ist gefragte Gesprächspartnerin an Universitäten ohne Ministerien. Die unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindemissbrauchs der Bundesregierung hörte sie als Expertin. An diesem Oktobertag kommt sie kurz vor der Mittagspause auf die Dissoziative Identitätsstörung infolge Ritueller Gewalt zu sprechen. Die Seminarteilnehmer lernen, es sei Tätern möglich, die Persönlichkeit eines Opfers bewusst den Innenmenschen aufzuspalten, die jeweils verschiedene Aufgaben hätten, etwa Verfolger, Beschützer oder innere Berichterstatter, die den Tätern meldeten, wenn das Opfer beabsichtigte, zur Polizei zu gehen. Boße bittet eine Frau nach vorn, sie stellt sich als betroffene Ritueller Gewalt vor. Sie erzählt unter anderem, sie erinnere sich, wie sie als Säugling gerade drei Monate alt den irrigierten Penis ihres Vaters gehalten habe. Dabei schließen Gedächtnisforscher ein so frühes Erinnerungsvermögen übereinstimmend aus. Auch die angebliche Psychotechniken der Kulte sind für Fachleute nicht nachvollziehbar. In der Szene verweist man hingegen auf das Werk der kanadischen Psychologin Alison Miller. In ihrem Buch Jenseits des Vorstellbaren beschreibt sie ein Säugling lasse sich programmieren, etwa indem man ihn Nadeln in die Fußsohlen steche und Elektroden in die Körperöffnungen einführe. Nach leichten Schocks so Miller heule das Kind auf. Danach blieben zwischen 15 Sekunden und einer Minute, in der eine Trainerin der neuen kindlichen In-Person einen Namen und ein magisches Symbol zuweisen kann. Das Deutsche Ärzteblatt, die offizielle Fachzeitschrift der Bundesärztekammer, lobte im Jahr 2014 das eindrückliche und sehr kenntnisreiche Buch. Auch in Mainz werden Millers Bücher empfohlen. Kein Teilnehmer hinterfragte offen die Behauptungen, in Deutschland könnten Satanisten unbehelligt morden. Oder wie es sein könne, dass Täterkreise aus ansonsten unauffälligen Anwälten, Ärzten und Politikern über Gehirnwäschetechniken verfügten, die Geheimdienste seit Jahrzehnten zu erlangen suchen. Auf Nachfragen schwächt Bosse nach dem Seminar per E-Mail ihre Aussagen ab. Schickt überarbeitete Folien, um ein missverständliches Bild zu vermeiden. Begriffe wie Programmierung hat sie gelöscht. Der Psychiater Stefan Röpke kennt Schilderungen wie die aus dem Mainzer Seminar. Er ist ärztlicher Direktor mehrerer psychiatrischer Fachkliniken und leitet an der Berliner Charité die Forschungsgruppe Traumafolgestörungen. Röpke behandelt schwer traumatisierte Soldaten und Folterüberlebende. Die meisten seien Patienten und Patienten, sagt er, seien zu ihm gekommen, weil sie schwerste sexuelle Gewalt erlebt hatten. Sie hätten Väter und Nachbarn als Täter genannt, verantwortliche Kirchengemeinde, Vereine, Kinderheimen. Doch dann, vor 20 Jahren, habe ihm eine Patientin etwas anders berichtet, etwas unglaublich klingendes. Sie leider an einer dissoziativen Identitätsstörung, weil sie von Mitgliedern eines satanischen Kurs misshandelt worden sei. Alles kam in ihrer Erzählung vor. Menschen in Kutten, gekreuzigte Kinder, Kotwörter. Noch vor seiner Klinik, so habe die Frau behauptet, sei sie von einer Gruppe Satanisten in ein Auto gelockt, in eine Wohnung gebracht und missbraucht worden. Damals war ich sehr betroffen, sagte Stefan Röpke. Ich wollte helfen. Er habe sich auf die Suche nach der Wohnung gemacht. Erst habe die Frau gesagt, sie sei direkt in der Nachbarschaft gewesen. Dann am Stadtrand. Dann außerhalb der Stadt. Röpke fragte den damaligen Berliner Sekten Beauftragten um Rat. Der habe geantwortet, dass auch ihm ähnliche Fälle begegnet waren. Manchmal hatte er nachgeforscht, immer ohne Ergebnis. Schließlich stieß der Arzt auf Bücher, in denen angebliche Opfer ritueller Gewalt über ihr Leiden berichteten. Manche Passagen lasen sich wie der Bericht seiner Patientin. Ja, so ist das. Ja, auch ich habe viele Fälle begutachtet, untersucht mit allen meinen zur Verfügung stehenden Mitteln und es hat sich immer herausgestellt, dass die Aussagen von den Persönlichkeiten nicht zutrafen. Nicht zutrafen. Ja. Das wird leider in dieser Stegemann-Fachwelt und ja, und Co. nicht beachtet. Das wird halt als, ja, das sind die Ausnahmen. Die Ausnahmen sind halt anders zu erklären, aber der Regelfall ist, dass diese Dispersionen recht haben. Ah ja. Eines der bekennendsten Werke ist Michael Remembers, erschien 1980. Ein kanadischer Psychiater und eine Patientin berichten dort, wie die Frau als Fünfjährige von Anhängern eines Kultes missbraucht worden sei. Bald darauf gaben, in der USA tausende Menschen an Opfer ritueller Gewalt geworden zu sein. Das Phänomen ging als Satanic Panic in die Geschichte ein. Das FBI widmete dem Thema 1992 einen Bericht. Darin heißt es, seit mindestens acht Jahren untersuchen amerikanische Strafverfolgungsbehörden mit Nachdruck die Vorwürfe von Opfern rituellen Missbrauchs. Es gibt wenige oder keine Belege für den Teil ihrer Anschuldigungen, der sich mit groß angelegter Babyzucht, Menschenopfern und organisierten satanischen Verschwörungen befasst. Zahlreiche Patienten verklagten damals ihre Therapeuten, ihnen Missbrauchsänderungen eingeredet zu haben. Einige wurden Entschädigungen in Millionenhöhe zugesprochen. Mittlerweile gilt aus Sicht von Gedächtnisforschern und Rechtspsychologen als belegt, dass Erinnerungen auch an schlimme Traumatisierungen von außen erzeugt sein können und sich für Betroffenen ähnlich auswirken, als wären sie tatsächlich geschehen. Oder von innen. Aber da sind wir wieder bei Dämonen und das will die Fachwelt wahrscheinlich nicht hören. Nicht möglich sei es jedoch, Menschen absichtsvoll in voneinander getrennten Persönlichkeiten zu spalten und diese zum Ausführen von komplexen Handlungen zu bewegen, sagt Psychiater Röpke. Er überblickte mittlerweile an die 40 Fälle, in denen Patienten nach einer Therapie geglaubt hätten, Opfer von ritueller Gewalt und Mind-Control gewesen zu sein. Allen sei eine dissoziative Entitätsstörung diagnostiziert worden. Auf einer Station habe man die Patientinnen intensivst beobachtet, sagt Röpke. Die Diagnose hat sich in keinem einzigen Fall bestätigt. Ah, schweres Thema, ganz schweres Thema, würde ich meinen, auch aus Erfahrungen werden mit einigen Dissfällen, dass scheinbar, scheinbar, ich will mal ein Beispiel nennen, von einem Jungen, der auch sehr große Auffälligkeiten hatte, also wo man die Dissoziation ziemlich stark sah. Das sieht man nicht bei jedem, der dissat stark, aber auch er hatte das, so wie Lea auch, die hatte es ja auch sehr stark ausgeprägt. Die konnte das mit ihren Dissoziieren auch nicht so verheimlichen. Und da hieß es irgendwie auch, ja, er sei jetzt gesund oder er zeigt keine Auffälligkeiten mehr. Also er ist im Alltag stabil. Keine Persönlichkeiten, nichts zu merken, nicht mal unter Beobachtung, nicht mal in der Therapie, nicht mal in der Klinik. Ja, das ist auch vielleicht für längere Zeit, für ein ganzes Jahr oder zwei Jahre. Ja, weiß das jetzt nicht mehr so genau, ich will auch die Zahlen nicht offiziell nennen. So, und da hat der Nature sich gesagt, jetzt werde ich den Fall mal wieder auch untersuchen, weil angeblich soll das ja so sein. Und voila, kaum taucht der Nature auf, trifft die Person. Ja, was passiert dann wohl, ne? Ja, da ist wieder der Teufel los. Genau, ja, also, bin ich da auch etwas zurückhaltend, wenn ich höre, Therapeuten hätten in Kliniken nachträglich untersucht, ob die betroffenen Personen multiple Persönlichkeitsstörungen hatten oder nicht, oder das, ja. Und meine Meinung würde ja, ist eine Fehldiagnose gewesen. Ja, also, schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich kenne auch Berichte von Therapeuten, die dann irgendwie die Diagnose dissoziative Identitätsstörung zurückgezogen haben und die nicht mehr in den Akten drinsteht und man hat daraus Psychose gemacht oder so. Alles erlebt. Obwohl, obwohl in einer Privatsitzung Nature 23 mit der betroffenen Person, äh, da kann mir doch keiner erzählen, dass das Psychose ist, wenn es Persönlichkeitswechsel gibt. Das Einzige, was ich natürlich sagen kann, wo jeder große Fehler liegt, ist, dass es die medizinische Krankheit, dissoziative Identitätsstörung ja wirklich nicht gibt. Sondern sie taucht auf, das Phänomen taucht auf, wenn es auftauchen soll. Oder kann. Damit meint der Nature natürlich, dass der Teufel immer machen kann, was er will. Und manchmal sind die Symptome da und manchmal sind die Symptome da und manchmal sind die wieder weg und dann kommen wieder neue oder es geht dann mal wieder, wie es pausiert, dann ist man auf einmal ein Dämonenanbeter und eine Hexe und hat keine Krankheiten mehr, dann hat man später wieder Diss und das ist schon ein Spiel des Teufels. Ja, deswegen, also, ich benutze ja auch nicht die Begriffe, die Person hat dissoziative Identitätsstörung, sondern ich müsste eigentlich sagen, diese Person zeigt Symptome auf, wo die Welt sagt, es könnte eine dissoziative Identitätsstörung jetzt gerade sein. Wobei ich natürlich von einem Besessenheitssymptom hinausgehe in dem Moment, von den Symptomen, die da zu sehen sind, ja. Und deswegen, weil ich das schon erlebt habe und ich kenne nicht einen Fall, ich kenne nicht einen, gut, es gibt nicht viele Fälle. Es gibt ja nicht viele Fälle, die mir bekannt sind, wo dann irgendwie Therapeuten feststellten, ja, vielleicht gibt es fünf, fünf ungefähr, die feststellten, die Person hat gar keine dissoziative Identitätsstörung. Das hat man jetzt in der Klinik oder Therapie nachträglich festgestellt. Es war wohl mal im Raum und es wurde mal diagnostiziert, jetzt ist es nicht mehr so. Wenn ich mich mit diesen Leuten dann aber wieder treffe, kommen die Symptome wieder vor. Ja, wie denn nun? Ist es jetzt nun weg? Ist es nun da? Ist es nicht da? Will es nicht hervorkommen? Will es nicht gezeigt werden? Natürlich weiß ich von diesem System, dass die sagen, sie wollen nicht, dass die Ärzte wissen, dass sie multiple Persönlichkeitsstörungen haben. Alles erlebt live. Ich war dabei. Oh mein. Aber wenn du denn wieder unter vier Augen bist, ne, und dann unterhält man sich auch darüber. Ja, ich war bei der Therapeutin und oh, kein Bock, dass ich die Diagnose wieder bekomme. Dis, deswegen spielen wir so, dass wir kein Dis haben. Auch schnell lebt. Oh man, darüber wird es wahrscheinlich auch in der Zukunft noch Aufklärung geben. Also, sehr deutlich. Wobei, ja doch, 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 doch. Vielleicht gibt es ein bisschen Einschränkungen, das weiß ich noch nicht, aber gibt es sachliche Fachbeispiele, die ich denn auch in der Zukunft noch veröffentlichen werde. Ja, natürlich anonym. Oder wie, oder auch mit Zustimmung, je nachdem. Ja, kommt von Fall zu Fall drauf an. Ja, ja, deswegen. So nicht, so nicht zu sagen, ja, man hätte irgendwie falsch diagnostiziert. Dis, Leute, verarschen, Therapeuten. Schon mal gehört? Nee, ne? Alles schon erlebt. Alles schon erlebt. Natürlich, und wegen den eigenen Zwecken. Eine Persönlichkeit, oder auch nicht. Entweder sind es die Zwecke des Teufels, dass er es nicht will, oder die betroffene Person will nicht, dass sie eine Diagnose von Dis bekommt. Nicht, dass er näher noch in der Behindertenwerkstatt arbeiten muss, zum Beispiel, ne? Ja, ja, gibt schon Motive, warum man nicht will, dass andere wissen, dass man Dis hat. Auch nicht die Ärzte, auch nicht die Kliniken. Und es hat scheinbar schon öfters funktioniert, dass dann dementsprechend die Therapeuten oder die Kliniken halt gesagt haben, nee, die hat kein Dis, die hat nur Psychose, oder die hat halt nur kurzzeitig mal eine psychische Störung gehabt. Das ist jetzt weg. Das ist jetzt weg. Aber ich habe diese Bilder im Kopf schon wieder. Diese Bilder im Kopf. Angeblich weg. Ne, bin ich da und sage, hey Jens! Und dann ist auf einmal der Teufel los. Aber wie ich denke, die hat kein Dis mehr, die Person. Ja, wie denn nun? Ja, ja, ist schon ein spannendes Feld. Ja, nur viel zu wenig Aufklärung darüber. Anfang 2020 kehrt Marlene Weber aus einem Urlaub zurück, ungeplant schwanger. Das stärkste Gefühl war Freude, sagt sie, aber auch Angst vor der Reaktion ihrer Therapeutin. Als Jutta Stegemann von der Schwangerschaft erfährt, habe sie versucht, Weber weiß zu machen, das Kind sei bei einer Massenvergewaltigung durch Kultanhänger entstanden. Nein, 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 ich glaube das nicht, dass die Frau Stegemann das denn behauptet hätte, sondern dass in der Therapiesitzung die Persönlichkeiten befragt wurden, wie ist denn Marlene schwanger geworden? Und dann gab es Persönlichkeit Sarah oder Laura oder wen auch immer, die davon auf dem Zettel standen, die haben gesagt, ja, wir waren beim Satans Zirke im Urlaub und da wurden wir sexuell missbraucht und geschwängert und eigentlich sollten wir das Kind dann da austragen und es sollte geschlachtet, geopfert werden und das Blues hätte getrunken werden müssen, aber dann sind wir doch irgendwie entkommen und sind dann wieder zurückgefahren nach Deutschland und dann, ja, so ist das gelaufen. Dass die Stegemann das jetzt geglaubt hat, ja, wem wundert's? Also ich nehme es dir ja nicht mehr übel, ich nehme es mir dann übel, wenn sie schon viele Fälle hatte und zu naiv war, die Dinge mal ordentlich zu untersuchen, so wie Nature23 das gemacht hat oder andere staatliche Behörden, ja, so einfach nur an ihren Glauben festhalten, ja, ja doch, doch, die ist bestimmt, da ist in Ritualen entstanden, das Kind, bei Ritualen, nicht bei irgendwie, dass man im Urlaub war und da irgendwie Sex mit jemandem hatte, mit irgendjemandem, den man da getroffen hat, weil man mal seine sexuellen Gelüste stillen wollte oder wie auch immer, nein, 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 man muss auf dem Satansritual gewesen sein im Urlaub, natürlich, natürlich, mit höchster Gefahr. Mit dieser Sorge wendet sich Stegemann ans Jugendamt. Weber sagt, gegen ihren Willen. Aus den Akten des Jugendamts Unner geht hervor, was die Therapeutin dort noch vorbringt. Ein anderes Kind Webers sei vorgeburtlich geopfert worden. Es sind nicht auszuschließen, dass Weber ihr Kind aufgrund der Programmierung den Tätern zum Missbrauch überlassen könne. Das Jugendamt schaltet das Amtsgericht Unner ein. Zwei Wochen vor der Geburt des Kindes tagt das Gericht erstmals. Der Betreuer der Weber wegen ihres Stotterns zu Terminen bei Ämtern und Ärzten begleitet, bestätigt im Verfahren, sie sei seit längeren richtig stabil. Aus den Schilderungen der Beteiligten ergibt sich, Weber nimmt alle gynäkologischen Vorsorgetermine wahr, hat sich um eine Hebamme gekümmert, geht zur Geburtenvorbereitung und noch zur Therapie bei Jutta Stegemann. Heißt aber nicht, dass sie nicht trotzdem Diss hat und Stimme im Kopf hat. Kann sein, dass das System jetzt so eingestellt ist, komm, wir reißen uns jetzt mal am Riemen und keiner macht Probleme, aber wir sind schwanger, wir wollen das Kind bekommen und wir wollen ja auch für das Kind da sein, blablabla, dass man einfach mal eine stabile Phase vorspielen kann. Garantiert, alles schon erlebt. Weber gibt zu Protokoll, sie befinde sich seit 2010 im Ausstieg aus dem Satanskult. Sie traue sich jedoch zu, mit einer ambulanten Hilfe für ihr Kind zu sorgen und es sei ihre erste Schwangerschaft. Weber legte dazu eine Bescheinigung ihrer Frauenärztin vor, wonach keine Spuren einer früheren Geburt feststellbar sind. Ein Widerspruch zur Behauptung Stegemanns über das geopferte Kind. Unbeirrt trägt die Vertreterin des Jugendamtes trotzdem vor, nach der Aussage von Frau Stegemann könne man nicht wissen, wie die zahlreichen Innenpersönlichkeiten auf das Kind reagieren würden. Diese Sorge teilt die Richterin und entzieht Marlin Weber bereits vor der Geburt vorläufig das Sorgerecht. Als ihre Tochter im September 2020 zur Welt kommt, muss Weber mit ihren eine Mutter-Kind-Einrichtung ziehen. Weber erinnert sich, dass weder die Richterin noch sonst irgendjemand habe nach Belegen für die Existenz der Satanisten gefragt. Das Protokoll bestätigt das. Die haben das alle einfach geglaubt, sagte Weber. In der Schweiz erschütterte Ende 2021 eine Fernsehdokumentation die Öffentlichkeit. Der Beitrag der Teufel mitten unter uns des Senders SRF belegt, wie unkritisch Schweizer Psychotherapeuten und Psychiater Pseudowissen über satanische rituelle Gewalt und Meinkontroll übernahmen. Eine Psychotherapeutin spricht vor der Kamera von elektronischen Fußfesseln, mit denen sie Patienten vor Zugriffen angeblicher Täterschütze. Der Oberarzt einer Klinik vergleicht die mutmaßlichen Techniken der Satanisten mit Foltermethoden in den Konzentrationslagern. Nach der Ausstrahlung wiesen mehrere Kantone Untersuchungen an. Die Vereinigung der psychiatrischen Kliniken und Dienste in der Schweiz nahm Stellung. Es bestimmen keine wissenschaftlichen erhärteten Hinweise für die Möglichkeit einer gezielten Aufspaltung und Fremdsteuerung der Persönlichkeit durch Meinkontroll-Techniken. Mittlerweile liegt ein Untersuchungsbericht vor. Demnach wurde das Personal einer großen psychiatrischen Privatklinik nahe der deutschen Grenze mehrfach zu ritueller Gewalt und Meinkontroll geschult. Unter anderem von der deutschen Psychologin Claudia Fliss. Ein Großteil der Beteiligten, so der Untersuchungsbericht, habe es versäumt, die wie aus einer Grusel-Märchenwelt anmutenden Lehrinhalte zu hinterfragen. Therapien auf der Station mit nicht-evidenzbasierten Methoden seien vermutlich sogar krankheitsfördernd gewesen. In den Niederlanden liegt seit Ende 2022 der Abschlussbericht einer Untersuchungskommission zum Thema ritueller Gewalt vor. Ergebnis? Trotz etlicher Opferberichte gäbe es im Land keinen Nachweis für die Existenz satanistischen Missbrauchs. Auch in Deutschland haben sich Wissenschaftler mit der Verschwörungserzählung befasst, jedoch auf andere Weise. Am renommierten Universitätskrankenhaus Hamburg-Eppendorf entstanden in einer Forschungsgruppe, um den Sexualwissenschaftler und forensischen Psychiater Pia blieken mehrere Arbeiten zum Thema organisierte und rituelle Gewalt über Täter, Psychotechniken, Hindernissen bei der Aufdeckung der Taten. Die Ergebnisse entsprechen wenig überraschend dem, was in der Szene als Tatsachenwissen verbreitet wird. Zu Wort kommende Personen, die sich selbst als Betroffene definieren und Therapeuten und Sozialarbeiter, die mit Überlebenden arbeiten. Was diese angehen, wird an keiner Stelle hinterfragt. Tja, so ist der Zustand leider immer noch in Deutschland. Noch, noch, noch. Nature 23 und andere, ja, werden dem Spuk ja irgendwann mal ein Ende machen. Also, oder vorantreiben, dass auch Deutschland, auch die Behörden, auch die Nicht-Christen, auch die Nicht-Bibelgläubigen kritischer mit dem Thema umgehen. Ob es nun den Leuten da passt, die trotzdem weiter daran festhalten oder nicht. Brieken sagt, Anschluss zu den Untersuchungen hätten Berichte Betroffener von der unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs ergeben. Brieken war selbst Mitglied der Kommission. Wir haben gesehen, dass bei den Betroffenen großes Leid vorhanden ist. Wir haben von Menschen gehört, die nicht mehr arbeitsfähig sind, die sich suizidieren im Zusammenhang mit organisierter Gewalt. Darüber haben wir bisher kaum wissenschaftliche Erkenntnisse. Im Bericht der Schweizer Kommission heißt es, wer den Aussagen angebliche Opfer ungeprüft Glauben schenkt, leiste schädlichen Therapien Vorschub und lasse Betroffenen keine Chance, ihrer Parallelwelt zu entkommen. Deshalb fordern die Autoren Realitätschecks ein. Fragt man Pierre Brieken danach, sagt er, das war bei dieser Untersuchung nicht unser Anliegen und wäre mit den methodischen Vorgaben auch unmöglich gewesen. Man habe an keiner Stelle behauptet, Fakten zu präsentieren. Er selbst habe keine wissenschaftliche Evidenz für Techniken wie Mind-Control oder die gezielte Aufspaltung der Persönlichkeiten. Und wenn die Ergebnisse seiner Forschungsgruppe dennoch als Beleg für die Existenz ritueller Gewalt gelesen werden, dass Forschungsergebnisse missbraucht werden, lässt sich leider nicht verhindern. Während Marlin Weber noch mit ihrer Tochter in der Mutter-Kind-Einrichtung lebt, lässt Jutta Stegemann erst Termine ausfallen, dann reißt die Therapie ganz ab. Eine Rechnung weist den Termin 8. April 2021 als letzte von 83 Sitzungen aus. Je weniger Therapie ich hatte, desto besser ging es mir, sagte Weber. Immer seltener kamen irgendwelche Bilder hoch. Irgendwann habe ich begriffen, dass alles nicht stimmte. Am 28. Juni 2021 entscheidet das Gericht über das Sorgerecht für ihr Kind. Eine Mitarbeiterin der Mutter-Kind-Einrichtung beschreibt Weber laut Akten als umsichtig, gut informiert, eine ganz verliebte Mutter, nur einmal als ihr die vom Gericht beauftragte Psychiaterin noch vor dem Abschluss der Begutachtung eröffnet habe. Sie sehe für sie keine Zukunft mit dem Kind, habe Marlin Weber stundenlang geweint. Die Psychiaterin führt keine eigene Diagnostik durch. Was die Disziative Identitätsstörung betrifft, berufen sie sich auf die Angaben der behandelnden Therapeutin Jutta Stegemann. Die andere Gutachterin, eine Psychologin, fasst zusammen. An der Liebe der Mutter zum Kind wird nicht gezweifelt, doch Stegemann zufolge sei Weber in bis zu mehreren tausend Innenpersönlichkeiten gespalten. Auch solche, die weitgehend Kontakt zum Kult hielten. Gemäß Stegemann ein unkalkulierbares Restrisiko. Vor Gericht trägt die Gutachterin vor, Weber habe eine der schwersten psychiatrischen Erkrankungen überhaupt. Im Gutachten schreibt sie, die Persönlichkeitswechsel zeige sich nach Stegemanns Angaben unter anderem durch den Wechsel der Augenfarbe. Niemanden, auch nicht der Richterin fällt auf, dass das physiologisch nicht möglich ist. Ja, ist doch egal, ob das physiologisch nun möglich ist oder nicht. Das Phänomen soll aber auftauchen. Tja, da muss man wieder ans Übernatürliche denken. Wer hat den Einfluss auf die Wissenschaft physikalisch gesehen, dass man da auch mal die Gesetze der Wissenschaft mal aushebeln kann. Geistwesen, daran muss man natürlich auch glauben. Also ich habe dafür Verständnis, dass, also ich kann natürlich das Verständnis der Betroffenen verstehen, die jetzt ihr Kind nicht hat, sondern in einer Pflegefamilie mit Besuchsrecht oder so. Das kann ich verstehen, das Leid. Ich kann aber auch den Staat verstehen, dass der sagt, uns ist das Risiko einfach zu hoch. Es ist ja eine Person mit einer Störung, unabhängig ob sie nun glaubt, hier rituelle Gewalt und sonst was. Uns ist das Risiko einfach zu hoch. Wir wollen doch nicht der Person das Kind überlassen. Ich kenne Familien, wo man geheiratet hat und wo dann auch die Väter, die Männer, auch die Väter der Kinder sind, die gezeugt wurden mit einer Dispersion. Da scheint das zumindest von einigen Berichten zu klappen. Solange da der richtige Vater dabei ist, der Kinder, dass dann auch die Familiengerichte wahrscheinlich das zusprechen. Denn auch, dass die Mutter, wenn sie dabei ist und der Vater zusammenleben, dass dann das schon geht, dass das Kind dann da auch bleiben kann. Ja, wenn es aber nicht der richtige Vater ist, dass dann das vielleicht auch da dem Staat zu risikoreich ist, kann ich auch ein bisschen nachvollziehen. Tja, das Einzige, was nur helfen kann, ist eine Heilung. Marlin Weber. Eine Heilung kann helfen, wenn keine Symptome mehr auftauchen und desgleichen, dann hat man die höchsten Chancen, wieder an sein Kind zurückzukommen. Also, der Befreiungsdienst der Exorzismus steht natürlich auch hier. Marlin Weber zur Verfügung, wenn sie gerne geheilt werden möchte und nicht nur Medikamente oder Therapiesitzungen, die ihre Symptome abmildern, haben möchte. Aber das liegt ja an der betroffenen Person selbst. Tja, so ist das halt. Wenn Menschen Probleme haben, körperliche Leiden, geistige, psychische Leiden, wie auch immer und keine Heilungsmöglichkeit da ist, dann ist man immer benachteiligt in dieser Welt, auch beim Thema Kindererziehung oder für Sorgerecht oder wie auch immer. Dann kommt der Gerichtsbeschluss. Die Kindesmutter könne hochbelastet durch den Ausstieg aus dem Kult und ständig auf der Hut vor potenziellen Übergriffen ihrer Erziehungsverantwortung für das Kind nicht gerecht werden. Weber's Tochter kommt in eine Pflegefamilie. In Deutschland sind Familien und Justizministerium stolz, das Missbrauchsthema an höchster Stelle angesiedelt zu haben. In Gestalt des Amts des unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, UBSKM. Hier sollen die Versäumnisse der Vergangenheit kompetent und integer aufgearbeitet werden. Seit April 2022 ist die Journalistin Kerstin Klaus die neue Missbrauchsbeauftragte des Bundes. Im Dezember sitzt sie in einem Konferenzraum in Berlin und sagt, weil den Opfern sexueller Gewalt so lange und so häufig nicht geglaubt worden sei, nehme das Amt des Missbrauchsbeauftragten die gegenteilige Haltung ein. Parteilichkeit für die Anliegen von Betroffenen. Klaus sagt, wir setzen uns für Schutz und Hilfe ein. Sie habe die Medienberichte in der Schweiz verfolgt, so Klaus. Mit Sorge, schaue sie auf die in konkreten Fällen festgestellten Behandlungsfehler. Doch auch auf dem offiziellen Hilfeportal des Missbrauchsbeauftragten war bis zum Kurzen von einer Aufspaltung der kindlichen Persönlichkeit in mehrere Identitäten durch planmäßig wiederholte Anwendung schwerer Gewalt und von Mind-Kontroll-Methoden zu lesen. Gefördert vom Bundesfamilienministerium ging im November 2022 die Webseite wissenschafthilfe.org online. Untermauert von Forschungsergebnissen aus Hamburg war dort von Programmierung und von Teilpersönlichkeiten die Rede, denen bestimmte Sexual- und Gewaltpraktiken antrainiert werden könnten. Auch in Broschüren, die sich an Opfer ritueller Gewalt richteten und vom Amt der Missbrauchsbeauftragten gefördert wurden, wird die Mind-Kontroll-Theorie verbreitet. Fragt man Klaus, ob sie all das glaube, windet sie sich. Einen Begriff wie Mind-Kontroll würde ich nicht nutzen, sagte sie. Aber sie halte es für unangemessene Erfahrungen von Betroffenen und differenziert als Verschwörungstheorie einzuordnen. Schließlich berichteten diese von gezielten psychischer Manipulation. Der Spiegel hat einen der Autoren des Schweizer Untersuchungsberichtes um eine Bewertung der Aussagen zu ritueller Gewalt gebeten, die auf Internetseiten der Missbrauchsbeauftragten auffindbar waren oder noch sind. Werner Strick, ärztlicher Direktor der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Bern, sagt, Informationen, die unter dem Dach des UBSKM vermittelt würden, erweckten unweigerlich den Anschein besonderer Seriosität. Doch was dort etwa über Mind-Kontroll zu lesen sei, entbehre jeglicher wissenschaftlicher Grundlage. Im Dezember in Berlin sagt Klaus, der Ansatz meines Amtes ist nicht grundsätzlich in Frage zu stellen, sondern Bedarfe zu hören und sich für passende Angebote einzusetzen. Wenige Tage nach ihrem Gespräch mit dem Spiegel ist der Begriff Mind-Kontroll auf dem Hilfeportal nicht mehr zu finden. Auf der Webseite wissenschafthilfe.org heißt es, diese sei zurzeit im Wartungsmodus. Ein UBSKM-Sprecher nennt als Grund einen Serverwechsel. Marlin Weber ist im November 2021 nach Süddeutschland gezogen, in der Nähe ihrer Tochter. Angestoßen durch das Familiengericht ermittelte die Polizei wegen des Verdachts sexuellen Missbrauch gegen Unbekannt. Als Zeugin gab Marlin Weber an, alles sei ihr von ihrer Therapeutin eingeredet worden. Außer den Angaben der Therapeutin, die Betroffene habe, ihr vom Missbrauch berichtet, schreibt die zuständige Staatsanwältin in Dortmund auf Spiegelanfrage, legen keine weiteren konkreten Anhaltspunkte für derartige Straftaten vor. Ermittlungen eingestellt. Seit August 2021 läuft beim Oberlandesgericht Hamm Marlin Webers Beschwerde gegen den Beschluss des Amtsgerichtes zum Sorgerecht. Im Mai 2022 hat sie bei der Psychotherapeutischen Kammer Nordrhein-Westfalen eine Beschwerde über ihre Therapeutin eingereicht, bislang ohne Antwort. Inzwischen hat Weber den Führerschein gemacht. Sie strebt eine IT-Ausbildung an und geht regelmäßig zur Logopädie. Für Termine bei Ämtern und Ärzten braucht sie keine Begleitung mehr. Seit anderthalb Jahren hat sie einen festen Lebenspartner. Das Oberlandesgericht Hamm hat eine neue Psychiaterin damit beauftragt, Marlin Weber zu begutachten. Bis zur Verhandlung kann es noch Monate dauern. Bis dahin darf sie ihre Tochter nur alle drei Wochen sehen, maximal zwei Stunden, unter Aufsicht der Pflegemutter und einer Betreuerin. Weber sagt, ihre Tochter nenne sie abwechselnd Marlin und Mama. Wenn du Hilfe brauchst, heb die Hand hoch. So, das war dann der Spiegelbericht. Das Ende davon. Und ja, ich denke mal, das Kommentar werde ich jetzt auch nochmal auf TikTok teilen, damit auch dort diese Missverständnisse ausgeräumt werden. Ich würde in irgendeiner Weise genauso denken wie die Spiegelreporter, weil man merkt, das ist ja nicht der Fall. Sondern ich würde diese Dinge natürlich anders erklären, als wir ihnen sie erklären, weil zu sagen, ja, Satansrituale gibt es nicht und ja, das muss irgendwie von den Therapeuten eingepflanzt worden sein, diese Erinnerungen. Das kommt zu kurz mit Leuten, die sich mit dem Thema schon stark auseinandergesetzt haben und auch das Befürworten, diese rituelle Theorie, dass das an einem Stadtenfall ist, bei Personen mit Dissizidivinitätsstörung, kann ich verstehen. Und da möchte ich mich natürlich nicht mit gleich machen, sondern ich bleibe ja bei meinen Forschungen dran, aus Sicht eines Christes, eines Exorzisten, dass diese Wahnvorstellungen, ja, wenn man sie so bezeichnen würde, ja, in den Köpfen der Menschen eingepflanzt werden durch Dämonen, ähnlicherweise wie bei der Hypnose-Rückführung, man die Geschichte, die in der Vergangenheit liegt, in Köpfe hineinbringen kann durch Dämonen, wo man denn glauben würde, ja, man sei das dann selbst in einem früheren Leben angeblich. Also diese Phänomene sind ja da, nur kennen sich die wenigstens damit aus, weil nur wenige diesen Dingen auch nachgehen, diesen okkulten Phänomenen, die es dort gibt. Und so ließe sich das halt erklären, warum diese Änderungen einfach da sind. Ja, hier sehen wir auch noch eingeblendet, hatte ich auch zumindest auf der YouTube-Version gemacht, auf TikTok nicht. Ja, also ein Fall von 2019. Lea wird wahrscheinlich der eine oder andere noch ein Begriff sein. Darüber wurde ausführlich berichtet und das wird es vielleicht in der Zukunft auch noch hier speziell mit dem Fall eine Person, die auch sagt, sie würde zu Hause sexuell missbraucht, durch Familienangehörige gefoltert und desgleichen. Und ja, auch diesen Fall haben wir von vorne bis hinten untersucht, gänzlich. Ja, da gibt es jetzt auch schon einen dreijährigen Kontakt zu der betroffenen Person und deren Angehörigen, wie auch immer, oder Umfeld. Ja, und da sieht man nochmal hier, aber das habt ihr wahrscheinlich in der Kurzversion ja schon gesehen, das brauchen wir jetzt nicht nochmal einspielen. Das machen wir vielleicht denn mal, wenn wir uns den ganzen Lea-Fall nochmal anschauen, von Anfang bis Ende, inklusive Kommentar. In einer Directors Cut-Version hatte ich es ja schon mal angekündigt, aber das ist zumindest nicht momentan geplant, in absehbarer Zeit zu tun, sondern erst soll da unser Befreiungsdienst und auch an betroffene Personen noch, ich sag mal, man müsste sagen, finanziell entschädigt werden oder unterstützt werden, damit auch Menschen bereit sind, diese Aufklärung durchzuführen. Ob Betroffene oder Teilhaber und da ist bis heute nicht sehr viel passiert. Vielleicht ändert sich das in der Zukunft noch und dann würde man auch über den Fall Lea nochmal öffentlich hier auf YouTube nochmal alles aufholen von Anfang bis Ende. Sonst Presseanfragen können natürlich auch zum Lea-Fall gibt es ja hin und wieder auch schon mal was. Ja, da wäre ich schon mehr bereit zu teilen und da müssten die Leute da jetzt nicht warten, bis das mal erscheint. Können sich gerne auch weiterhin an mich wenden, weil auch der Nature 23 natürlich für Aufklärung bereit ist, das voranzutreiben, damit dieser Spuk und das unnötige Leid von Dispersonen ein Ende hat, in dem sie zum Beispiel falsch therapiert werden. Ja, gut, mein Lieben, das war's. Ihr könnt gerne den Kommentarbereich nutzen, wenn ihr dazu noch Fragen oder sonst irgendwas habt oder eine WhatsApp-Telegram-Nummer nutzen, die ihr hier sehen könnt. Die ist ja von mir, da könnt ihr euch auch nochmal melden. Bei Bedarf und auch betroffene Personen mit dissoziative Identitätsstörung, die meinen, doch Ihnen sei das auch passiert, können sich gerne melden und wir werden zusammen auch die Fälle gerne untersuchen, ob da was dran ist, wenn ihr das überhaupt in eurer Psyche könnt. Wird meistens ja kaum möglich sein, auch wenn da am Anfang oftmals immer Aufklärungswunsch da ist. Ja, bitte untersucht das, aber spätestens, wenn man dann in die Untersuchung einsteigen möchte, geht das gar nicht mehr, weil die betroffenen Personen das dann nicht mehr dürfen. Wenn das dann wohl verboten hat, welche Wesen im Kopf darüber zu reden, dann muss man ja meistens auf eine Faust recherchieren und dann kommt man auch zu den Ergebnissen, ohne ob die Person mitarbeiten möchte oder nicht. Naja, aber wie gesagt, darum geht's nicht. Die Dinge aufzuklären ist unnötig, das ist nicht mein Bedarf. Wenn ihr das wollt, gerne. Mein Bedarf ist eher bei Disperson weiter, sie zu heilen und das geht dann halt durch andere Glaubens-, Weltanschauungstherapie-Sitzungen, wie wir wissen. Und ja, könnt ihr euch natürlich immer noch melden bei mir und dann können wir mal auch da drüber dann sprechen im Bereich, wenn da das doch Wesen sind aus der geistigen Welt, die die Ursache sind, warum man in einem psychischen Störungszustand sich befindet, ob nun Dis oder was auch immer, Paranoia, Schizophrenie. Ja, wir sind auch da, um zu helfen, dass den Menschen diese Phänomene oder diese Störungen weggenommen werden und dass sie dann wieder vernünftig ein normales Leben leben können, wenn sie es dann wollen. Bis dahin, Gottes Segen, Shalom. Bis bald.